Und hier. Hallo Udo. Guten Abend. Grüß dich Udo. Was macht denn ihr Schönes? Wir machen eine Konferenz, weil es dich gibt. Wir sprechen gerade über Gott und Welt und sonst was. Und habt ihr es verstanden? Nein. Nein, leider noch nicht. Mein Gott, noch mal. Da musst du uns zuerst mal erklären, was Versteher ist. Wir haben vielleicht was zu begriffen. Das ist immer ganz interessant. Das ist immer wieder dasselbe Spiel mit dem Denken, dass das eigentlich immer wieder bloß, wo du klar machen musst, ist bloß ein einziger Geist. Und der platzt jetzt auf in verschiedene Perspektiven. Du siehst bloß deine Perspektive. Das ist immer, wenn ich jetzt auftauche zum Beispiel, da sind viele Fragen, von was lebt denn der? Echt? Von dir. Von dir selbst. Ich könnte jetzt sagen, wenn du zum Beispiel glaubst, du bist der Loda und du fragst dich, von was lebt der Loda? Der Geist geht in eine Facette, in die Vergessenheit und durch diese Vergessenheit versucht er sich dann am Leben zu halten. Obwohl die Quelle für den Menschen, der du zu sein glaubst, bist du selbst. Ja, noch der Loda lebt von der Luft und von der Liebe. Das ist immer, das sind nur unterschiedliche. Denk an das Split-Screen-Beispiel. Es sind nur unterschiedliche Perspektiven, die hier laufen. Und du reduzierst dich, wenn du in die Vergessenheit gehst. Das ist, wo ich immer wieder sage, wenn du das Bücherregal dir vorstellst, wo die Bücher gleichzeitig sind, sobald du dich auf ein Buch fokussierst, vergisst du die anderen Leben. Und du kannst die höhere Ebene bloß in einem Chat-Denken, also in einem Kollektionsdenken begreifen, wenn du das durchschaut hast. Und der Geist ist sehr, sehr trügerisch, weil du permanent, wie gesagt, deine Gedanken verstreust. Matten, du bist mit da. Ich bin da. Dieses Gespräch, wenn du unser Gespräch jetzt nochmal Revue passieren lässt und dir das nochmal anhörst. Das sind Probleme, zum Beispiel mit deinem Sohn, wo ich sage, ein Gedanke kann nicht leiden. Dein Sohn ist ein Gedanke von dir, aber du selbst, wenn du glaubst, du bist der Matten, ist auch bloß ein Gedanke von dir. Leiden du der Geist, der in der Vergessenheit ist. Was wolltest du fragen? Ich habe mich gestern und heute Morgen sehr intensiv damit beschäftigt. Ich habe einige Stunden am Computer gesessen. Ich habe versucht, meine Frage zu formulieren. Und eigentlich, ich habe das auch angesprochen in dem Video, den Martinus Thompson. Der hat die Bücher ganz kurz Liebesbuch geschrieben. Und ich weiß, es geht nicht darum, dieses Buch, das Buch, das Buch, das andere Buch. Aber du sagst immer, verändere nichts an der Welt. Wenn du etwas an der Welt verändern möchtest, dann wirst du Gott vor, dass er keine perfekte Schöpfung geschaffen hat. Und das ist eine Folge dessen, dass dein Programm noch nicht vollständig, noch nicht komplett ist. Aber da frage mich ich, das vermisse ich so, warum gibt es bestimmte Krankheiten? Warum gibt es Kriege? Warum gibt es das? Und dann nur ganz kurz, was ich bei Martinus lese. Er sagt eigentlich, ganz viele Sachen sind eigentlich dasselbe wie Hohle Feeling. Er sagt auch, es gibt ein Geist, der ist Raum- und Zeitlos. Und damit er sich selber wahrnehmen kann, fragmentiert er sich in unendlich viele, du würdest sagen, Geistesfunken. Und er sagt dann auch, damit dieser Raum- und Zeitlose Geist sich wahrnehmen kann, muss er sich erst in der Materie verwickeln. Und das läuft dann so, erst Mineralien, Pflanzen, Tiere, Menschen und so weiter. Und er sagt, im Tierreich ist das tötende Prinzip notwendig. Tiere müssen einander fressen, um überleben zu können. Aber das Ziel ist wieder die göttliche Einswerdung. Und das kann nur passieren, wenn der Egoismus so absolut wird, dass das ein Höhepunkt wird. Und ja, ich gucke mal nach unserer eigenen Entwicklung Hiroshima und diese Sachen Folter, Terrorismus. Und er sagt, das bringt eine Leidenserfahrung statt. Und es wird ein Punkt kommen, dass die Menschen so satt davon sind, dass sie an die andere Polarität nachstreben und wirkliche Nächstenliebe auch ausüben werden. Also, was möchte ich damit sagen? Er sagt, es gibt das behagliche Gute und das unbehagliche Gute. Aber im Schluss ist alles sehr gut. Aber man kann jetzt sagen, hör mal, es gibt einen bestimmten, raumzeitlich gedacht, einen Krieg im Mittelosten oder Arbeitslosigkeit im eigenen Lande. Man muss was unternehmen. Warum? Damit sich dieser Prozess raumzeitlich umkippen kann ins andere Extrem, damit Entwicklung möglich ist. Und ich kann das, irgendwie resoniert das bei mir. Und ich finde es sehr schwierig, um diese passive Beobachterhaltung eigentlich einzunehmen. Ja, das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Das wäre in diesem Moment meine große Frage. Alles, was du jetzt erzählt hast, Martin, ist das, was ich sage. Ja. All das, was du erzählt hast, du musst also hier Erfahrungen zu machen. Und der große, der große Trick liegt dabei, dieses Liebe deine Feinde. Und wenn dir dieses Abgehobene, wenn wir jetzt den selben Text nochmal durchgehen, wirst du feststellen, du musst den Höhepunkt, das Abgehobene erreichen, dieses Allbewusstsein. Jetzt ist es all das, was du jetzt gesagt hast, was er angeblich sagt, das ist jetzt Wissen, das in dir auftaucht. Da solltest du dir Gedanken machen, was du drüber magst. Was aber dich davon trennt, zu erkennen, dass die Polaritäten, wenn du die zusammenbringst, alles, was sich widerspricht, ist auf der höheren Ebene eine neue Qualität. Und da mischt sich jetzt wieder dein Mattenbewusstsein ein, das ein einseitiges Ziel anstrebt. Ich habe mehrfach erklärt, dass also der Krieg genauso wichtig ist wie der Frieden. Nur Frieden gibt es nicht. Und vereinfache das Wort Krieg mit Verwandlung. Ich habe viele, wenn deine Traumwelt ist, eine symbolische Welt. Das ist absolut korrekt. Und ich betone immer wieder nicht, was in den Büchern drinsteht, die in dir auftauchen, was angeblich einer gesagt hat. Das ist das Erste, wo du dich lösen musst. Jeder Moment, der in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf. Und diese materialistische Logik setzt sofort wieder einen Entstehungspunkt in die Vergangenheit. Das musst du durchschauen. Aber da hast du dich nicht einzumischen. Und du hast dazu hier, lieben zu lernen. Der Überbegriff ist die rote Liebe. Und die rote Liebe platzt auf in Lieben und Hassen. Und ich sage immer wieder, setzt das Wort Liebe, macht die Moral weg. Lieben ist nur Plus, arigmetisch gesehen und Hassen ist Trennen ist Minus. Und beides zusammen ergibt die Liebe. Du musst von der absoluten Eins, die nicht denkbar ist, ausgehend, das ist zum Beispiel, was ich mehrfach erwähnt habe, in einer einfachen Gedichtform, in diesem Selbstgespräch in Requiem, das ist ein Aphorismus, in einer Gedichtform, ganz einfach alles erklärt. Da heißt es hier am Anfang, jetzt symbolisch, Gott, El Hayom, ist all ein. Und das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn, dass er dann und wann wie jeder Vater mit seinem Sohn spielen kann. Das ist jetzt in dieser symbolischen Geschichte entsteht jetzt dieser Jesus, der Gottessohn, und der erkennt im Laufe des Lebens, dass er eins ist mit dem Vater, dass er eins ist mit Gott. Jetzt ist wieder das Problem, dass wieder dieses Ich-UB, das U-B ist eigentlich Gott, das verbundene Wissen, rot geschrieben, das ist die absolute Einheit, und die baut jetzt eine intellektuelle Kollektion auf, das ist das Ich mit J geschrieben. Das erkennt jetzt in der Absolutität, dass es praktisch die All-Einheit ist, aber jetzt ist wieder das Problem, jetzt bist du wieder allein, und jetzt denkst du dir wieder einen Sohn, das ist das, ich bin. Das ist jetzt das, was ich geistesfunkte. Wir trennen jetzt etwas, was absolut eins ist, das ist diese Trinität. Heiliger Geist, Gott, Vater, Gott, Sohn. Im Hebräischen siehst du das schön, der Vater heißt ja Ab, der schreibt sich nur 1, 2 in Zahlen, und der Sohn heißt Ben, das heißt praktisch eine polare Existenz. Ab heißt darum auch aufblühen, es blüht in dir der eigene Sohn auf. Das müsst jetzt, wenn du sagst, ich bin der Matten oder ich bin der Heiko, das ist jetzt, Heiko meine ich nicht die Personifizierung und nicht den Intellekt. Und du musst lieben lernen und du musst die Ebenen verändern. Dein Beispiel, wo du sagst, wenn mein Sohn hinfällt, dann renne ich doch hin. Ich kann doch das nicht nur beobachten. Moment, du beobachtest, wie der Matten hinrennt und seinen Sohn hilft. Was in deinem Traum passiert, kannst du eh nicht beeinflussen. Denk immer dran, ein Pinsel malt ein Bild und ein Geist träumt. Der Pinsel kann sich nicht raussuchen, was er malt und der Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Du musst dich über diese ausgedachte Ebene erheben und diese ganze Reihe vor dir aufspannen. Und jetzt ist es also so, dass ich immer wieder sagen kann, da gehen jetzt welche auf die Straße, die demonstrieren für irgendwas. Dass du, wenn du deine geistige Ebene erreicht hast, wird sich das automatisch heilen, dass du das Spiel nicht mitspielst, weil du erkennst, dass sie um Einseitigkeiten gekämpft werden. Du bist immer noch in deiner moralischen Einstellung, dass du eine Welt bist, die nur Frieden ist. Und da kann ich nur sagen, eine Welt, die nur Frieden ist, das ist eine Welt, die nur Sonnenschein hat. Die wird nicht lange existieren in deiner derzeitigen Vorstellung von Natur. Du brauchst den Regen dazu. Und der Krieg, was so hart klingt, was ja wirklich nur in einem Traum ist, wie wenn du dir in Kino einen Kriegsfilm anschaust, ist Verwandlung. Mein altes Beispiel, wo mir oft vorgeworfen worden ist, wenn du jetzt dein Zeitfenster, die Zeitgeschichte aufspannst, die du in deinem Intellekt vorfindest, der Zweite Weltkrieg. Aktiviere einmal Bilder im Zweiten Weltkrieg. Wir wollen keine Moral machen. Wir sehen das einmal ganz, ganz wertfrei. Was 1945, kannst du jetzt Bilder aus deinem Wissen generieren, denkt dir, die Städte in Europa, in Deutschland speziell, Berlin, Nürnberg und denkt dir, Hiroshima, Nagasaki in Japan. Die wurden in Schutt und Asche gelegt. Das ist sozusagen, das wurde umgeackert. Das ist dieser Endstand des Krieges. Die sogenannten Verlierer. Und jetzt kippt das System immer wieder um, weil das wirklich geheilt wird. Man muss die Mitte suchen. 10, 15 Jahre später, wer hat den Weltmarkt beherrscht? Komischerweise, die zwei Länder, die total zerstört waren, sind wirtschaftlich die Nummer eins gewesen. Nach lächerlichen zehn Jahren. Das ist wie ein Feld, das umgeackert wird. Und wohlgemerkt, denk an die Symbolik. Löse dich davon, dass irgendwelche Bilder in deinem Kopf, dass da irgendwelche Menschen leiden. Das sind alles nur Vorstellungen, die Sachen, die du vor dich hinstellst. Es gibt in deiner Welt bloß ein Ding, das heil ist. Das ist der Geist, der träumt. Wenn er nicht vergessen hat, dass er der träumende Geist ist. Er ist letztendlich die Energie für alles. Es ist ein vollkommen neues Denksystem. Darum sage ich immer wieder, es ist in Wirklichkeit alles ganz anders. Aber ich kann mit dir nur innerhalb deiner Logik sprechen. Egal, welche Logik du jetzt hast. Und es können durch viele, viele Schriften jetzt von Philosophen, wo du sagst, wenn du die aktivierst, wenn du suchst, diese allumfassende Liebe, diese Liebe darfst du nicht, die rote Liebe darfst du nicht verwechseln mit der blauen Liebe. Die blaue Liebe ist immer selektiv. Das ist schon, wenn ich sage, ich will Frieden, ich will nur Gesundheit. Das ist eine Einseitigkeit, das ist nicht Heiligkeit. Heiligkeit ist eben, dass du diesen Widerspruch der Polarität gleichzeitig siehst. Und wenn das nicht der Fall ist, das wäre jetzt, wenn wir in die Dorre reingehen, nirgends war das besser beschrieben, wenn man das richtig übersetzt, also nicht entheiligt die Schrift, einseitig ausliegt, sondern so wie ich das erkläre, man muss sich damit beschäftigen, da wird ganz, ganz befestigt, die Entwicklung des Geistes, wie der sich aufbaut, jetzt erst zerspringt in der Einheit, wird hier beschrieben in symbolischen Bildern. Das beginnt im Vers 6 mit der Rakia. Diese Feste, das heißt also hier unsere Wasserlinie, wo ich immer sage, teilt sich in einen Oberhalb und in einen Unterhalb. Auch hier bin ich sehr oft darauf eingegangen, auf diese Kain- und Abel-Geschichte. Das ist der Kain, schreibt sich Kofjot nun, der erschlägt den Abel, jetzt wollen wir das deutsche Wort Abel nehmen, steht ja schon Abel, der Vatergott. Das heißt in dem Moment, wo du dir an Gott ausdenkst, erschlägst du deine eigene Göttlichkeit. Darum heißt, steht in der Dorra für Abel, steht er hier, das heißt eigentlich nichts. Du erschlägst dieses Nichts, das du selbst bist und dadurch wirst du zu einem Kain, zu einem Affenmenschen, Kain als Kofjot nun lesen, kann man im Blau lesen, eine affine intellektuelle Existenz und der wird jetzt unstet und flüchtig. Das heißt jetzt bewegst du dich in deinen eigenen Traum als Figur. Dasselbe Geschichte wird übrigens auch in anderen Schriften, wenn du in den Hinduismus reingehst, das sind natürlich Sachen, die wurden nie in der Vergangenheit geschrieben, das sind tiefere Strukturen in deinen geistigen Archiven, die du freischalten musst. Ich kann immer wieder nur sagen, löse dich davon, dass dein Wissen von außen kommt. Es gibt kein Außen, das ist das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da außen. Denk es dir aus, bewusst. Denk es dir in die Vergangenheit, denk dir jetzt an Griech, was weiß ich in die Ukraine, aber wisse, dass du nur dein eigenes intellektuelles Wissen verwirklichst und dich als Gott entgöttlichst, als Geist entgeistigst, indem du meinst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Mit wem sollte denn die Welt, die du dir jetzt ausdenkst, die nur ständig wechselnden Informationen in deinem Kopf sind? Und selbst der Kopf meine ich nicht den Kopf von den Menschen, der du zu sein glaubst, sondern das ist immer wieder geebnet, immer gereicht, wird durch Symbole in deinem Traum dargestellt. Und jetzt ist es das, wenn du in eine Inkarnation gehst, ich mache jetzt das einmal so, ich drücke mich einmal esoterisch aus, das heißt, in vielen Schriften hat jeder von euch schon gehört, dass bevor du inkarnierst, suchst du dir raus, was du erleben willst, welche Rolle du spielst. Echt? So heißt es in vielen Schriften, muss dich aber mit esoterisch beschäftigen. Ja, ja, ja. Das ist unbedingt so, dass man sich was raussuchen kann, aus der Einheit her gesehen. Und jetzt ist es also so, dass jedes Leid muss, ist eine Facette. Lass diese Wertung von dir weg, dass das gut oder dass das schlecht ist. Es ist immer wieder mit der Angst, es ist einfach nur es ist. Es ist etwas, was auftaucht. Qualitäten entstehen durch das Wertesystem, das du zur Zeit zum Denken benutzt und das hast du zu durchschauen. Das sind die Fehler im Führerscheingriff. Und da gibt es nichts zu bekämpfen, sondern es gibt sehr, sehr viel zu heilen. Und jetzt ist natürlich auch hier, nachdem dieser Adam in einen Tiefschlaf fällt, heißt es in der Dora, das ist immer diese große Dennung, trennt er sich ja, jetzt kommt diese Sache mit der Eva, wie die Eva entsteht. Gott entnimmt aus dem Adam eine Rippe, heißt es. Ich höre mir jedes Wort hilfreich auf. Im Original steht da Zeller. Zell heißt Schatten. Das ist ein Schattenaugenblick, wenn ich das mit Holofeeling mache, die Geburt meines Lichts aus dem Augenblick ist. Er nimmt praktisch einen Schattenaugenblick, stellt ihn vor ihn hin und sagt, das ist deine Eva. Im hebräischen Original steht ja nicht das deutsche Wort Eva, sondern Chava. Und wenn du jetzt in Wörterbüchern nachschaust, heißt das zum Beispiel aussprechen, ausdrücken und ein Erlebnis haupt. Das, was du aussprickst, nach außen sprickst, was du aus dir herausdrückst in Form deiner Worte, deiner Interpretation von Worten, erzeugt in dir ein Erlebnis. Das ist die Eva. Und jetzt wird es interessant, dass die für Eva wieder zurückgeführt wird in den Adam und dann ein Keil reingetrieben wird und dann kommt diese schöne Stelle und ihr seid eins. Du und deine Traumwelt, das Meer und seine Gedankenwellen sind letztendlich eine Einheit. Und der Geist, der das versteht, der sich das ausdenkt, der kommt jetzt wirklich in den geistigen Bereich und das, was nicht mehr denkbar ist, das ist das reine Sein. Das Schlimme ist die Moral. Das ist ja auch interessant, wo ich oft darauf hinweise, das hebräische Wort für Moral ist Moser. Da steht Moser. Können wir das lesen? Die Moserer. Wenn du jetzt im Langenscheid bei der Buch nachschaust, dieses Wort Moser, das normal mit Moral übersetzt wird, heißt laut Langenscheid auch Angeber, Denunziant und Schwarzmaler. Und ich sage immer, sind nicht alle Moralisten Angeber, die glauben, sie wüssten, was richtig ist, die bestimmen, die angeben, was angehlich richtig ist und was verkehrt ist, denunzieren die nicht jeden, der nicht ihrer Meinung ist und sind es nicht Schwarzmaler, die permanente Schwarze, sich diese schlechte Welt ausdenken, wenn du in einer Moral verfangen bist und das sind jetzt viele, viele Sachen, dein kultureller Hintergrund innerhalb deiner Matrix, das musst du erleben und du kannst dich darüber erheben. Das ist die Freiheit des menschlichen Geistes. Das Erheben heißt nicht, dass du was verändern solltest. Das ist es verrückt. Ich sage, stell dir den heiligen Geist, die heilige Einheit, die du nicht denken kannst, weil sie heilig ist, die Dalmer zuerst einmal ein in Baselstücke, ohne dass man das Basel zerbrechen lässt. Und jeder Gedanke, jede Gedankenwelle, die in dir auftaucht, ist ein kleines Baselstück aus dieser heiligen Einheit. Und wenn du irgendein Baselstück, irgendeine Situation, die in dir auftaucht, nicht haben willst, entheiligst du dich selber. Und wenn du irgendeinen Basel, irgendeinen Gedanken verändern willst, besser machen willst, was passiert, wenn du an einem Baselstück irgendwas wegschneidest oder das veränderst, dann kannst du das Bild nochmal heilig machen. Du kannst es nicht mehr zusammensetzen. Du sagst, dass man nichts verändern muss, dennoch verändert sich das ja, sagen wir mal... Das ist der große Trick dabei. Es verändert sich von selbst, wenn du nichts mehr verändern willst. Und solange du etwas verändern willst, verändert sich nichts am Wesentlichen. Und ich wiederhole, immer und immer wieder, wenn dir jetzt einmal... Heiko gehe ich einmal davon aus, dass dir die ganzen Selbstgespräche auch Kördertier reingestellt hat bei sich, raumzeitlich gesprochen. Schau mal in den Selbstgesprächen, erinnere dich, wie oft ich darauf hinweise. Und ich mache jetzt das in meiner einfachen Derbensprache. Jeder Beobachter, der mit irgendetwas, was er beobachtet, nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Und jetzt pass auf, jetzt fangen wir mal an. Die erste unterste Ebene, das ist noch kein Beobachter. Solange du glaubst, du bist ein Körper mit deinem Gehirn, ist ja noch kein Geist da. Das ist der normale Mensch, der was beobachtet, der nörgelt sowieso an allen möglichen Rücken. Dann gehen wir drüber, jetzt gehen wir in die menschliche Ebene. Ich beobachte mich, ich beobachte mich, was ich erlebe. Und dann schau mal, wie sehr, machen wir die Daniela jetzt, wie sehr die Daniela an sich rumnörgelt. Wobei ich sage, jetzt mit normalem Verständnis ist das eigentlich ein Frevel, wenn sie unzufrieden ist mit sich selber zum Beispiel. Was müssten da viele andere Frauen sagen, die du dir austauschst? Und jetzt kommt eigentlich erst das rote Ich, dieser Leser, denen das bewusst wird. Und dann habe ich immer wieder darauf hingewiesen, es ist ganz schlimm, wenn du dich selbst beobachtest, was du an dir und an deinem Leben alles anders haben wolltest. Obwohl du doch die Rolle, das ist wie, wenn ich jetzt unser Beispiel nehme, hier mit dem Hannibal Lecter, wenn der Schauspieler sagt, nein, ich spiele diese Rolle nicht, dann bricht die ganze Geschichte, dieser ganze spannende Film auseinander. Der letztendlich nur Unterhaltung ist. Lehrreiche Unterhaltung. Alles ist sehr lehrreich. Aber jetzt pass auf, jetzt komme ich auf diesen wesentlichen Kahn. Jeder Beobachter, der etwas beobachtet und damit nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Das heißt, wenn ich mich beobachte, ich weiß das jetzt und ich beobachte mich, das läuft so unbewusst ab und ich stelle fest, dass ich mit vielen Sachen noch nicht einverstanden bin und ich will mich jetzt verbessern. Ich will mir das abgewöhnen. Der jetzt eins drüber ist, der wirkliche Geist, der sich selbst beobachtet, wie ich mich beobachte. Da muss ja schon wieder ein Bewusstsein drüber sein. Ich erkenne jetzt, dass das ja schon wieder ein blindes Arschloch ist, weil er mit sich selbst nicht einverstanden ist, mit seiner Logik nicht einverstanden ist. Und der Geist, den wird es jetzt nur bewusst, ohne dass es verändern wird. Jetzt bist du erst auf der Ebene des Nierchen guckst. Und jetzt komme ich zu deiner Frage mit der Veränderung. Daniela hat gerade festgestellt, es verändert sich ja eh laufend. Die große Frage ist, ob ich mich einmische oder nicht. Es geht um das Wesentliche. Das Wesentliche ist der Geist, der träumt. Solange der Geist, der träumt, der ist das Wesentliche. Sich mit der Figur verwechselt, die er im Traum stillt. Und als diese Figur mit vielen Sachen nicht einverstanden ist, gibt es keine wesentliche Veränderung. Du wiederholst und wiederholst permanent täglich. Du bist das nur mit dir, bis du wach wirst. Und ich sage jetzt, und jetzt genau zuhören, das habe ich zigfach erklärt. Solange du irgendetwas verändern wirst an der göttlichen Schöpfung, die als Ganzes gesehen heilig ist, heil ist, bist du ein blindes Arschloch. In dem Moment, wo du nichts mehr verändern wirst, weil du einfach demütig akzeptierst, fordert dein wirkliche Geschehe. Du wirst dir dabei was gedacht haben. In dem Moment, wo du aufhörst, irgendwas zu verändern, zu wollen, verändert sich das Wesentliche. Dann wird nämlich aus einem blinden Arschloch ein Geist, der bewusst auf einer höheren Ebene ist. Der das Spiel des Lebens gewonnen hat. Der praktisch seine Lebensaufgabe in diesem Leben gelöst hat. Was passiert dann? Das ist die ganze Christusgeschichte. Für dich, Madden. Wenn ich jetzt Heiko kenne, das, ich habe das erzählt. Pass auf, ich mache jetzt einmal Jesusgeschichte. Das ist auch schon wieder so eine verborgene Harmonie. Ich habe zu dir gesagt, es hat niemals in der Vergangenheit einen Jesus gegeben. Wobei das Jesusleben, es sind alles Märchenfiguren. Auch der Heiko, der Madden, sind Figuren in deinem Traum. Du hast sehr, sehr viel davon zu lernen. Aber ich rede jetzt einmal in einer Ich-Form. Als ich als Jesus noch Kranke geheilt habe, habe ich viel nicht verstanden, weil ich Krankheiten bekämpft habe. Als ich die Geldwechsler zum Dämpel rausgeschmissen habe, habe ich sehr, sehr viel nicht verstanden, weil ich mit den Geldwechslern nicht einverstanden war. Und dann kommt mir diese große Erkenntnis. Das ist ein Entwicklungsprozess. Du musst einverstanden sein. Das ist dann, vorder muss ich diesen Grupp nehmen, diese Ahnung, was kommt. Und dann sagt er zu mir, nee, du hast die Freiheit, du kannst weglaufen, du weißt doch, was passiert. Aber ich sage, lass es laufen. Davonlaufen nützt dir nichts. Du kannst von der eigentlichen Aufgabe deines Lebens nicht davonlaufen. Du musst dieses Leben durchleben. Ich sage, du darfst dieses Leben durchleben und am Ende bist du um einiges weiser. Das sind neue Erfahrungen, die du machst. Und um Erfahrungen zu machen, haben wir dieses Gesetz der Polarität. Ich erinnere an diese kleine Geschichte, die kleine Seele, die hier zum lieben Gott geht und sagt, ich habe da eine andere kleine Seele getroffen und er hat Vergebung erfahren. Was Vergebung bedeutet, was das für ein wunderschönes Gefühl ist, wenn man jemandem vergibt. Aber dir muss klar sein, da muss zuerst einer kommen und dir eine Watschen geben oder dir was Böses antun, dass du diesen Zustand, dass du ihm vergeben kannst, dass du das erlebst, muss ja zuerst ein Auslöser da sein. Und das ist die klassischen Rache- und Hassgedanken. Die große Vergebung ist, dass du zuerst einmal diese höhere Ebene kriegst, dass du dich nicht mehr einmischt. Und ich erkläre dann immer wieder im Garten Gethsemane, kommen dann die Soldaten, die mich festnehmen wollen, und dann geht der Petrus dazwischen und das war das letzte Mal, wo ich mit was nicht einverstanden war, wo ich sage, Petrus, nein, das ist die Geschichte, wo der dem Soldaten das Ohr abschlägt, wo mir wirklich absolut bewusst worden ist, dass ich mich ja schon wieder einmische. Weil ich dem Petrus vorher erklärt habe, wir mischen uns jetzt nicht mehr ein, wir lassen alles geschehen und dann kommen die Soldaten, die wollen mich festnehmen und der Petrus wird es verhindern und ich scheiße ihn zusammen, weil er sich einmischt. Damit habe ich mich doch schon wieder einmischt. Und ich finde diese Beispiele ein bisschen schwierig, weil das klingt immer so, als würde man dann gar nichts mehr machen können. Das ist, pass auf, du selber als träumender Geist kannst nur eins machen, du kannst deinen Traum anschauen. Ich sage, setze den träumenden Geist jetzt für ein symbolisches Kino. Dann gilt das ja nicht für die Person, wenn du sagst, ich als Jesus und so weiter, dann ist da ja auch nichts verkehrt gelaufen. Ich sage, nein, es ist nie was verkehrt gelaufen. Das ist der Geist, der diese Geschichte bewusst beobachtet und sich denkt, was soll ich dabei lernen? Das ist sowieso klar. Du, der träumende Geist lernt und du bist das Kino und das Kino kann überhaupt nichts machen, was für ein Film in ihm läuft und die Gnede, die ständig umgeformt wird. Gott ist diese Gnede, Gott ist das Kino. Da können unendlich viele Möglichkeiten entstehen, das mehr selber, vor allem nicht die Welt, darum haben wir ja eine Trinität, das sind in der Kabbalah diese vier Welten. Das ist der Jotzer, ist nicht Gott, Jotzer ist der Schöpfer. Da kommt das Zurschek mit drin, zur Formwert. Lass auf, machen wir das einmal ganz einfach. Wenn du das Selbstgespräch lesen tust, Holophilien für Neugierige, da weiß ich drauf hin, viele sagen hier, dieses Einwand, der bildet sich ein, der ist Gott. Und dann kommt die Erklärung in diesem Selbstgespräch, dass ich sage, bevor wir jetzt das machen, müssen wir zuerst einmal klären, was verstehst du unter dem Wort Gott? Wenn ich jetzt Gott setze, ganz bewusst symbolisch für diese Gnede, für die Energie, die ständig ihre Form verändert, musst du wissen, dass Gott sich diesbezüglich in keinster Weise einmischt, was für eine Form ihm gegeben wird, was der Gnede für eine Form gegeben wird, oder im Beispiel mit dem Kino, das Kino sucht sich nicht raus, welcher Film in dem Kino läuft, das ist vollkommen passiv und lässt das mit sich geschehen. Jetzt ist die Frage, wenn ich Gott als Schöpfer setze, der, der formt, der Former, der Töpfer, das ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Jetzt ist aber die Schwierigkeit, dass du nur eine kleine Facette vom Intellekt, nur ein Programm laufen hast, das ist eben dieses Programm dieser Lebenssinn, den du hast, der die Bilder aufwirft. Und ich sage, in vielen Fällen, wenn du ein anderes Programm, ein anderes Wertesystem hast, wird dieselbe Situation komplett anders erscheinen. Diese Vielfalt, wo dir Fremd erscheint, wo du bekämpfst, brauchst du zu deiner Heiligung. Und hat bloß ein bisschen Angst. Wenn wir jetzt zum Beispiel, was dein Wissen angeht, wenn wir jetzt einfach, ich erwähne das immer wieder, ein schönes Beispiel dazu, ist die normalen menschlichen Sexualität, diese vielen Spielarten von Fantasien. Kein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, sucht sich seine sexuellen Neigungen aus. Zum Beispiel in der katholischen Kirche, wenn ich immer wieder sage, wenn du Schwule nimmst, ist übrigens auch hochinteressant, im Neuen Testament, wenn du das Altgriechische jetzt richtig übersetzt, dass das eigentlich, dieses Wort, dieses Bekämpfen, im Original steht da eigentlich Kinderschänder. Daraus wurde dann in den neueren Versionen Homosexuelle. Ich sage jetzt aus der geistigen Ebene, wer ein Kinderschänder ist. Ein alter, ein reifer Geist, der Kinder geistig vergewaltigt, indem er ihnen schlichtweg und einfach einseitige Lügen und eine einseitige Moral einimpft. Das ist ein Kinderschänder. Du kannst ein Kind frei erziehen, du kannst es tolerant erziehen, dass es andere Sichtweisen akzeptiert und sich an der Füllartigkeit dieser Sichtweisen erfreut. Wenn wir in den Bereich der Sexualität gehen, es sucht sich keiner raus, wie er ist. Und ich sage, wer ist jetzt eigentlich der was? Das heißt, denk wieder an mein Beispiel mit den Tieren, wenn hier, ich mache hier zum Beispiel, was ich anfragen habe, die leiden ohne Ende, wenn du die Moral einklingen lässt, dass du meinst, es läuft mit dir was verkehrt. Und jetzt ist es so, wenn du die Physiognomie von den Menschen, die homosexuell sind, wenn die wirklich homosexuell sind, das siehst du, jetzt in meiner Derbensprache von zehn Metern, dass das ein Schuchtel ist. Das ist die Augen, die ganze Physiognomie. Und es sucht sich doch keine Kreatur, die du dir ausdenkst, seine Augenfarbe, seine Haarfarbe raus. Es ist einfach eine erschaffene Kreatur und alles wurde von Gott erschaffen. Aber was ist der, der denen vorwirft, dass sie so sind, wie sie sind? Das ist es Böse. Und du wirst jetzt merken, dass das eigentlich Böse in deiner Welt sind, die guten Menschen, die einseitig glauben, sie wissen, was gut ist. Da geh mal jetzt in dein Programm rein, diese einseitige Sichtweisen du noch vertrittst. Und das ist die Quelle von Leid, nämlich dein eigenes Leid. Das ist dieser Satz, wo ich sage, ich mache dich zum Richter über alles und jeden. Dein Gesetzbuch ist dein Intellekt, dein Wissen, dein Glaube, das genau genommen gar nicht dein Glaube ist. Du hast noch keinen eigenen Glauben, den du zur Zeit hast. Das ist was Gegebenes. Die Freiheit besteht darin, dass du dir deinen eigenen suchen kannst, einen komplett eigenen. und das ist zum Beispiel, wenn du ganz am Anfang in mich bin, du bist eine kleine Hans-Geschichte, die sehr, sehr interessant ist, ist in Märchenform geschrieben und da kommt dann diese große Enderkenntnis, diese Erkenntnis des Hans, dass er sucht nach der Wahrheit und er geht zuerst in die Welt der Religionen und die sind irgendwie alle gleich und dann doch wieder so widersprüchlich und dann geht er, sagt er, ich gehe in die Welt der Physik und dann kommt mittlerweile die Quantenmechanik, wo es auch unterschiedliche Strömungen gibt, acht zum damaligen Zeitpunkt, wie ich bin, du entstanden ist, waren es acht verschiedene Quantenmechanischen Deutungen, wo sich Physiker darüber streiten, was richtig ist und dann kommt die große Erkenntnis, das ist jetzt das ein Beispiel, wieso will ich eigentlich nur eine einzige Wahrheit als die richtige intronisieren, wenn ich alle Wahrheiten glauben kann. Wieso zerbreche ich mir den Kopf, wenn einer sagt, der Henkel ist rechts und der andere sagt, der Henkel ist links oder der eine sagt, Jesus wurde gekreuzigt und der andere sagt, nein, Jesus ist abgehauen nach Indien, all das, was dir die Leute erzählen in deinem Traum, plappern die geistlos nach, das können die nur vom Hirn sagen, bis hin, dass die Erde eine Kugel ist und wenn du jetzt dein Zeitfenster zurückblätterst, genauso sicher waren du überzeugt, die Menschen, die wir uns jetzt 1500 etwas denken in Maßsetzung unseres Wissen, dass die Welt eine Scheibe ist und wer der Erste kommt, der behauptet, die Welt ist eine Kugel im Waldensverbrenner. Wieso klammerst du dich so an deinen Glauben setzen? Das ist, wenn du Jude bist, die ganze Beschneidung, die können ihre eigene Dorra nicht, die können übrigens nichts dafür, das sind Figuren in deinem Traum, du bist schuld, du hast es zu erkennen. Und wenn du dich einmal löst, die Moral, irgendwas am Leben erhalten zu wollen, mein Holzkäfer Beispiele, die Geschichte, das ist immer von Eigennutz getrieben, da ist immer Ego dabei und du musst dieses Ego überwinden, indem du eine alles umfassende Liebe, diese absolute Liebe in dir entwickelst, das ist Liebe deine Feinde. Etwas zu lieben, was dir logisch erscheint, das kann jeder Idiot. Schwierig wäre das, wenn du was lieben musst, wo dein tiefstes Inneres angewidert ist davor. Also ganz amoral. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich immer sage, hör auf mit irgendetwas zu sympathisieren, Sympathie heißt Mitleid, wörtlich übersetzt. Du musst vollkommen apathisch werden, nicht leidend. Das ist doch das, was du willst. Interessant ist, der Materialismus, der alles verträgt, wenn ein Mensch apathisch ist, dann sagt man, der ist krank, der ist doch nicht normal. Es ist doch nicht normal, dass man nicht leidet. Soviel zum Thema materialistische Logik. Diese innere stoische Ruhe und die Facetten, die Vielfältigkeit das Leben der Daniela mit den Aspekten zum Beispiel von Herrn Heiko gesehen, der Heiko hat eine ganz andere Vorstellung von der Daniela wie die Daniela von sich selber und umgekehrt. Du schaust durch die Brille deines Intellekts und du musst erst einmal eine volle freie Sicht kriegen. Das ist die kleine Stelle in dem einfachen kleinen Stück der Dialog der Liebe. Du hast ein ganzes Leben lang hast du durch das Wertesystem deines Charakters projiziert. Du hast die Welt praktisch durch dein Wissen entstehen lassen und auch moralisch bewertet, qualitativ bewertet mit deinem Wissen. Und mit Holofeeling kommt was, dass du zusätzlich, das auch durch die Augen der Liebe siehst, durch den Christus siehst, auch dich selber, wie du einseitig werdest und urteilst. Dazu musst du aber neben dir stehen. Du musst etwas vollkommen Neues sein. Das ist die Verwandlung. Und diese Verwandlung, dass du der Beobachter von dir selbst warst, was übrigens eine Stufung ist, eine Hierarchie ist, du warst schon die ganze Zeit der Beobachter von dir selbst, wenn du sagst, ich beobachte mich. Ich denke an mich. Das sind doch jetzt zwei Ichs. Ein Ich, der sagt, ich beobachte mich, wie ich dieses und jenes mache. Was jetzt aber wichtig ist, dass dieses Ich, das ich selbst beobachte, dir auch was Ausgedachtes ist. Du musst der werden, dem bewusst werden, ich bin nicht dieses Ich, das ich selbst beobachte, sondern der, der sich den ausdenkt, der glaubt, das zu sein, was er sich ausdenkt. Das ist das Programm. das ist der Schritt in die geistige Welt. Und das ist ein ganz intimer Akt. Ich benutze das Wort immer und immer wieder. Intim heißt nicht persönlich, weil persönlich ist nur eine Maske. Da sind so viele Schichten. Was ich mich jetzt frage, wenn du sagst, man kann Dinge sowieso nicht beeinflussen. Du kannst den Traum nicht beeinflussen. Der Bindel kann nicht beeinflussen, was er malt, und der träumende Geist kann nicht beeinflussen, was er träumt. Und alles, was geträumt wird, ist so, wie es geträumt wird. Wer bestimmt, was geträumt wird, was gemalt wird, der Maler. Der Maler ist dein Intellekt. Und diesen Intellekt sollst du auch nicht verändern, den sollst du durchschauen. Aber in dem Moment, wo du jetzt dir die Reihe denkst, Maler, Einfallsbindel, Gemälde, intellektuelles Wissen, träumender Geist und die Informationen, die in Erscheinung treten. Sobald du diese Reihe vor dich hinstellst, bist du doch schon wieder eins drüber. Das sind doch lauter Sachen, die du dir ausdenkst. Das ist jetzt die höhere Ebene. Und dann wirst du plötzlich merken, dass innerhalb deines Intellekts natürlich auch noch andere intellektuelle Systeme sind, wo du glaubst, es ist der Glauben und das Wissen von irgendwelchen anderen. Es ist doch auch dein Wissen. Das ist das Verrückte. Wer denkt sich den Udo aus und den Matten aus? Wer denkt sich den Udo aus oder den Heiko aus? Wer ist das? Wer denkt sich den Udo aus? Wer denkt sich die jetzt alle aus? Ich. Ich. Da sagst du jetzt ganz klar ich. Aber ist dieses Ich, dass ich die ausdenke, der Heiko? Nein. Nein, nein, ich bin's, sagt die Daniela. Kann der Udo kommen? Nein, das bin ich. Die Streiterei schon wieder los. Meint ihr nicht, dass diese vier verschiedenen Ichs, der, der eins drüber ist, der fünfte? Das bin ich. Darf ich mal eine Frage stellen? Ja, selbstverständlich. Wenn ich in meinem Sessel sitze und ich versuche, mich zu beobachten, dann geht das alles. Aber wenn hier im Haus, weiß ich was, die Kinder rennen rum und da müssen einkaufen und so, dann bin ich 100 Prozent in der Persona. Selbstverständlich. du gehst immer wieder in die Vergessenheit und jetzt erinnere dich, auch das habe ich dir erklärt, Matten. Das ist das Verständnis. Ich sage zu Daniela zum Beispiel immer L, L, D, D, M, K, lange Leitung, dicker Draht mit Moden. Das ist selbst diese Vergessenheit. Schau, du machst jetzt in dem Moment, wenn du bewusst bist, Bewusstheit ist das absolute Präsenz, was ist jetzt da? Das ist dir jetzt was eingefallen. Das sind die Gedanken. Das Verrückte ist, dass diese Gedanken, das was du jetzt machst, denkt ja gar nicht der Matten. Ich könnte jetzt sagen, das denkt ja der Loder. Das hat sich ja jetzt der Loder ausgedacht, dass der Matten. Oder die Daniela. Herr Gott, das können wir rausschmeißen. Weg von dieser Unabhängigkeit. Aber was ich dir erklärt habe, war das, in dem Moment, wo dir jetzt das bewusst geworden ist, wenn ich in meinem Sessel setze und dann ist es, dann klitsche ich ja immer wieder weg. Du hast jetzt schon wieder dir eine Vergangenheit ausgedacht. Wir waren zu viert hier im Skype und es heißt, wenn du zum Beispiel nach Hause kommst und du magst den Kühlschrank auf und deine Frau hat eingekauft, vielleicht kommen dir die Gedanken, was hat es denn da wieder alles geholt. Das Verrückte ist, das was du jetzt siehst, ist eine Form, die in dem Moment in dir entsteht, in dem du das anschaust und das, was du dazu magst, ist auch jetzt diese Gedanken, diese Vergangenheit, dass deine Frau das eingekauft hat. Aber es ist immer jetzt. Das heißt, du wirst dich bösen davon zu glauben, dass irgendwas aus der Vergangenheit kommt. Es ist ja die Ursache, mein Klingelingeling Beispiel. Das ist das Ursache in der Kausalität. Das heißt, es sind zwei Perspektiven. Auch hier betone ich, dass ich nicht so oft das eine richtig ist wie die andere. Für dich war das ein Leben lang vollkommen normal, wenn das Telefon klingelt, dass du in dem Moment an jemanden denkst, der dich anruft. Und wenn du jetzt eine tiefere Ebene deines Glaubens analysierst, dieses Glaubens, dieses Programms, dass das Programm dir suggeriert, dass der, der dich anruft, weswegen ja dein Telefon klingelt, dass der auch da außen ist, wenn du nicht an ihn denkst. Und jetzt dreht es rum, dass du vor dem Jetzt bleibst und beobachtest, wie sich deine Informationen verändern und warum die sich verändern. Da ist es Klingeln da und wegen des Klingelns wirst du sofort reagieren und deine Informationen umformen, dass du jetzt hier jemanden denkst, der dich anruft, dann denkst du das Telefon, das ist eine ständige Umformung in Hier und Jetzt, das hat nichts damit zu tun, dass da vorher was gewesen wäre, es dreht sich die Kausalität um. Weil es klingelt denkst du an den Anruf und nicht weil der Anrufer dich anruft, klingelt es. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Du bist fest davon überzeugt, dass du zum Beispiel von deiner Mutter abstammst, dass die dich auf die Welt gebracht hat. Nein, in dem Moment, wo du an diese Geburt denkst, erschaffst du diese Frau, die einen Trockennasen auf die Welt bringt, der du zu sein glaubst. Es ist hier und jetzt und wenn ich dich Geist jetzt frage, ich frage den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, und der dieses Gespräch als Information vorliegen hat. Ich frage dich, Geist, wo kommst du her? Und jetzt schau mal, was dein Intellekt, dein Ego, dein Programm dir suggeriert. Ja, ich wurde in der Vergangenheit von meiner Mutter geboren. Moment, du verwechselst dich schon wieder mit dem Menschen, mit dem Trockennasen, nach dem, der du zu sein glaubst. Ich frage dich, Geist, der sich jetzt diese Person, diesen Menschen ausdenkt, wo kommst du her? Und ein Baby, das auf die Welt kommt, ist eine Dabula Rasa, ein Zusammengestellter, durchwärts der Schwamm. Das hat noch kein Ich. Also wenn ich dich Geist frage, der du dich Ich nennst, wo du herkommst, kannst du dir behaupten, ich war ein Baby, das ist natürlich alles logisch. Deine Logik erklärt dir das so unheimlich logisch. Ich sage dir, Materialismus erklärt dir sogar, wieso du Sachen nicht siehst. Aber warum macht dich das? Dass du das durchschaust. Aber warum soll ich das durchschauen? Weil das ein Spiel ist, das macht dich weise, das macht dich immer zu mehr Liebe, das macht dich zu mehr Einheit. Das ist das, du kannst dich, die Einheit kann sich in unendlich vielen Facetten erleben. Du wirst es immer mehr integrieren, die Liebe, wo ich immer wieder sage, dieses Fressen und Gefressen werden, ist ein reiner Akt von Liebe, von Einswertung. Auch dieses Gebot, habe ich zigfach angesprochen, du sollst dich töten, das steht in der Dota gar nicht drin. Erstens kann man das noch vielfältig anders übersetzen, aber selbst wenn wir auf den Zahlen breiten, du musst den Unterschied sehen zwischen ermorden und zwischen töten. Töten heißt total machen. Ermorden heißt, ich will jetzt wegkommen. Das ist ein Riesenunterschied. Du wirst kein einziges Tier finden in deiner ausgedachten Welt, das ein anderes Tier ermordet. Es will sich immer eins machen. Es ist hier schlichtweg, jedes Tier, das ein anderes Tier tötet, sich selbst mit dem Tier zu einer Vielheit macht, wird die Einheit anstreben. Dieses Totale, die Vielheit, die in all wieder eins wird. Die einzige Ausnahme ist der Trockenausenaffen. Der kennt Rache und Hass. Findest du in der Tierwelt praktisch überhaupt? Es kann sein, dass du bei einem Tier erschrickst, und dann zubeißt oder was. Aber das ist eine reine Schreckreaktion. Das ist wirklich, die negativen Eigenschaften ist dieser sogenannte Homo sapiens. Und in Ich Bindo gibt es einen schönen Satz, wo es heißt, du wirst irgendwann einmal erkennen, bei einer sehr intensiven Selbstanalyse deines Charakters, da musst du aber schon wer anders sein, der diesen Charakter als Gegenstand betrachtet und wertfrei analysiert, dass hier das Pathologischste, das Krankhafteste, ist genau das, was du ein Leben lang mein gesunder Menschenverstand genannt hast, dass das die Ursache für die ganzen Krankheiten ist. Der Heilungsprozess, das sind Wunden, die du schlägst und du heizt die nicht, indem du permanent wieder Einseitigkeiten neu nachschiedst, sondern indem du das geschehen lässt. Die Wunde ist ja auch das Wunder. Ja. Ich könnte jetzt sagen, das sind die Wellen, das sind die Wellenwälder, die einbrechen. Das sind deine Wunden. Das ist das, was du zu sehen bekommst. Das sind aber auch Wunder. Und das hat dann mit dem Wellenberg zu tun. Das klingt jetzt wieder so, als wenn die Krankheit... Der Geist kann nicht heil werden, weil es schon ist. Eben. Du kannst dich bloß wiedererinnern, was du bist. Aber auch hier erwähne ich, jetzt im Pferdefuß dabei, du musst dich an etwas wiedererinnern, was du nicht denken kannst. Alles, was du denkst, ist ja schon wieder bloß eine vergängliche Facette. Die Heiligkeit ist nicht vergänglich. Mit dem Verstand kann man damit nichts anfangen. Das schöne Gespräch wird es jetzt nicht geben, wenn du nicht in diese Brüssel zerbrochen wirst. Das ist ein Selbstgespräch. Mit wem unterhältst du dich jetzt eigentlich? Mit euch. Mit euch? Was ist das euch? Wer denkt sich die alle aus? Wie oft soll ich den noch wiederholen, dass ich sage, ich erkläre es, was ich jetzt erzähle, in deinem Traum, die Figur Udo, diese Stimme, diese Computerstimme. Die erklärt es nicht dem trockenhausen Affen, der jetzt vor dem Computer sitzt. Das sind alles Sachen, die du dir ausdenkst. Ich erkläre es dem Geist, der jetzt dieses Gespräch träumt. Ich erkläre dir, dass du der Geist bist, der träumt. Hör auf, dich mit einer Figur in einem Traum zu verwechseln. Und diese Erkenntnis, dass ich der Einzige, dieses Ich, Du praktisch, ich bin Du und Du bist Ich, dass ich immer bin, immer, egal welche Rolle ich zur Zeit spiele. Stimmt. Und was jetzt die Figuren im Mann Traum machen, was der Matten macht, das ist eben das, was ich beobachten soll. Dass mir das bewusst war, dass ich diesen Charakter durchschaue, wie er interagiert, wie er handelt, was er für moralische Vorstellungen hat. Und jetzt kommt der Heilungsprozess. Ohne, dass ich den Charakter verändern will, das war das auch in unseren Gesprächen, wo ich sage, jeder normale Mensch, der sich verbessern will, ist eine Verbesserung, dass ich sage, das will ich nicht mehr und dafür will ich das hoffen. Es ist ein Austauschen. Und ich sage, nein, alles, was dein Wissen ist, im guten wie in schlechten Definitionen, sind Facetten von dem Heiligen Ganzen, aber die sind meistens immer nur sehr einseitig. Viele Sachen, die dir in den Sinn kommen, weil dein moralisches Wertesystem nur gut sehen und andere Sachen nur schlecht sehen. Du musst jetzt die Toleranz haben, dass du die beiden Zeiten erkennst. Ich habe auch mal so ein altes Beispiel gemacht, wenn immer dieses Hilf mir, und dann sage ich, pass auf, ich mache mal eine positive, hilf mir, hilf mir. Und dann sage ich, ich kann dir jetzt zwei Sachen schicken. Ich kann dir für dich in deiner Logik was Positives schicken. Wenn du finanzielle Probleme hast, mache ich ganz einfach Folgendes, ich lasse in dir einen Lottogewinn auftauchen über 5 Millionen Euro. Das würde für den Materialisten was Positives sein, ist aber für den Geist was ganz was Negatives, weil sobald du wieder finanziell super gut dastehst, der normale Charakter lässt dann die geistliche Suppe dieses, ich sage immer wieder, wenn es ganz, ganz mies ist, fangen sogar die tiefsten Materialisten anzubieten. Das kann ja nicht schaden. Das ist erbärmlich. Sobald es ihnen dann wieder besser geht, gehe ich ihnen wieder als Vater im Arsch vorbei. Und jetzt ist es also so, dass du, sobald du dann wieder keine finanziellen Probleme hast, wirst du in der Regel auch mit diesem Charakter dich in keinster Weise mehr mit geistigen Sachen über einen ausrichtigen Gedanken machen, weil jetzt kannst du ja wieder in dieser Welt in die Vollen gehen. Die andere Art von Hilfe ist, dass ich einfach dir an die schlimme Krankheit, eine Krebsdiagnose und der Arzt sagt zu dir, du hast maximal noch vier Wochen zu leben. Das, was du jetzt als ganz schlecht bewertest, eventuell mit einem Charakter, ist ein riesengroßes Geschenk, weil jetzt würde die Welt, wenn das eine hundertprozentige Diagnose ist, würde dir die Welt total am Arsch vorbeigehen und du wirst jetzt ganz intensiv dir Gedanken über den Sinn des Lebens machen und was du wirklich bist. Ja, und was ist das dann? Machen wir doch, also weißt du, dann verändert sich in erster Linie doch auch erstmal nichts. Moment, das verändert sich ja laufend. Die Frage ist, ob du täglich Christus Murr mit dir machst, ob du ständig dich wiederholst oder ob du dich wirklich veränderst und das passiert ja auch schon dein ganzes Leben. Wenn du jetzt sagst, ich bin die Daniela mit 31, es war auch hier und jetzt schon mal, dass du die kleine Daniela mit 12 Jahren warst. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Die hat sich ja schon verändert. Also bist du ja da in dieser Hierarchie schon etwas weitergeklettert. Aber immer dran denken, dass das relativ ist. Du musst erst einmal Zeit reduzieren in diesem berühmten Alter. Das heißt, der Zustand, wenn du morgen wach wirst, sind immer dieselben Sätze. Wenn du dich beobachtest, wirst du irgendwann einmal erkennen, dass du als der Mensch in deinem Traum absolut überhaupt keine Freiheit hast, durch Selbstbewusstsein auf der Sonne rumzulassen. Das ist eine riesen Illusion. Entschuldigung. Du glaubst, du musst irgendetwas bestimmen. Es kommt dir in den Sinn. In dem Moment, wo du wach wirst, weißt du noch nicht als ich, als personifiziertes Ich, wo du sagst, ich bin jetzt der Matten, ich werde wach. In dem Moment, wo du dieses Gefühl hast, als Matten wach, ich bleibe jetzt einmal beim Matten, wach zu werden, weißt du noch nicht einmal, ob es hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Dann schaust du zum Fenster raus und dann musst du dich überraschen lassen, wie das Wetter ist. Dann fällt dir plötzlich ein, kriegst du ein komisches Gefühl und dann denkst du an deine Blase, dass du auf den Klo gehen musst und so weiter und so weiter. Dann kommt dir vielleicht in den Sinn, wir könnten zum Essen gehen, sagst du zu deiner Frau. Das sind Beispiele, die habe ich so oft gesagt. Und dann kommen wir letztendlich zu der Speisekarte, wenn du in einem Lokal bist, wenn du zum Essen gehst. Das muss dir einfallen, sonst ist es ja nicht. Und jetzt hast du die Speisekarte in der Hand, meinst du, dass du bestimmst, was du dir zum Essen bestellst? Jeder normale Mensch wird in seiner Arroganz sagen, wer soll das denn dann bestimmen? Du bestimmst gar nichts, wenn du beobachtest. Du schaust die Speisekarte an, das ist das erste Mal ein Fetzen Papier mit Worten drauf. Jedes Wort, das du anschaust, wird in dir aufgrund deiner persönlichen Interpretation eine Vorstellung von irgendeinem Gericht aufwerfen. Und was jetzt kommt, die sechste Ebene, die Emotions-Ebene, du wirst mit der Vorstellung von dem Gericht ein Gefühl von Zuneigung oder Ablehnung kriegen. Das ist etwas Verlücktes. Das kann beim Lesen derselben Speisekarte, jetzt müssen wir natürlich Zeit wieder ins Spiel bringen, wenn du anders, du bist ja oft, wenn du ein Stammlokal hast, der Lieblings-Italiener um die Ecke, da bist du ja nicht nur einmal, du bist immer jetzt in dem Lokal. Das heißt, du bist jetzt mal auf der Zeile und auf der oder auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite, das steht alles fest. Und jetzt ist es, dass du das liest und du hast manchmal halt einen Bock auf Spaghetti und einmal hast du Bock, je nachdem, auf der Schnitzel, wenn du kein Vegetarier bist, dann ist wieder die Frage, warum bist du ein Vegetarier? Du kannst das genau analysieren. Du suchst dir das nicht raus. Das ist ein berberndes Anpassen an irgendein Umfeld. Aber das bleibt doch so. Also ich meine, so ist es halt. Nein, es bleibt so lange so, bis du es durchschaut hast. Wenn du nämlich das Häkchen an den Führerschein drittest du um den Täler erkannt hast, dann blätterst du um, dann ist es vom Tisch. Aber das wäre jetzt, wenn wir mal bei dem Beispiel mit der Pizza bleiben, dann kann ich mir jetzt fragen, da muss ich das jetzt durchschauen, warum ich immer Champignon-Pizza nehme zum Beispiel. Weil du eben drauf stehst mit dem Programm. Aber unser Thema war mir, du gleitest vom Thema ab, das Thema, über das man reden ist, habe ich eine eigene Meinung, oder bestimme ich was? Ist es meine Meinung oder ist es etwas, was ich mir vorfinde? Ich kann das beobachten. Ja, aber das steht nicht. Von der Pizza habe ich nicht gemeint. Es kann sein, dass dir mal nach einem Salat ist und dann ist dir nach einer Pizza. Dann vielleicht kombiniere ich mir halt nicht zum Italienisch wie lieber zum Chinesen. Zuckst du dir das raus? Ja, ist es dann jetzt meine Meinung oder nicht? Es ist einfach etwas, was von deinem Programm, von deinem Charakter aufgeschmissen wird. Es wird von deinem Charakter, den du zurzeit so durchschauen hast, wird es hochgeworfen. hochgeworfen. Das macht dein Programm. So gesehen kann ich nie eine eigene Meinung jemals bekommen. In dieser unteren Ebene hast du ein Programm, die eigene Meinung, von der ich rede, ist was ganz was anderes. Das müssen wir ja mal klären. Eine eigene Meinung wird die Meinung alles sein. Die Meinung wird alles sein. Ja, aber agieren als Person kann ich halt immer nur... Das ist ein Feeling, was ich dir mit Holophil in Lehre, wenn du das da zum Beispiel verstanden hast. Jeder hat recht, aber nur ein bisschen. Aber das wirst du erst sagen, wenn du eine Stufe höher bist. Die ganzen Philosophen, wenn wir uns hinsetzen, Matten, wir gehen nochmal die klassischen, großen Philosophen der Weltgeschichte, die du als Wissen in deinem Speicher hast, gehen wir durch. Muss ich dir sagen, wenn du die Gedankengänge mitgehst, jedes Einzelne, das ist ja auch hier im Regeln, du kannst jeden, wenn du da dran bist, jeden Gedankengang mitgehen, dir erzählt einer was oder du liest eine Schrift, die angeblich von irgendjemandem ist, da löst du dich dann, jedes taucht jetzt in dir auf und du willst diesen Gedankengang mitgehen, du willst den erfahren, du wehrst dich gegen nichts. Das ist wie wenn du mal ein Kind bei der Hand nimmt und sagst, jetzt schauen wir uns die Tasse von der Seite an und jetzt schauen wir uns die von der Seite an. Das ist so unendlich einfach, wenn du nicht zwanghaft an einer Seite festhältst. Wo sich wir schon ganz verrückt sind. Und dann darfst du feststellen, dass das alles, jeder dieser Philosophen vollkommen einen logischen Aufbau eines Gedankengangs hat, der nur von einer anderen Perspektive aus verkehrt erscheint. Ja. Das ist die Toleranz. Und jetzt ist natürlich, dass dieser Materialismus, mit dieser Moral, denken wir uns jetzt einmal ein Flugzeugabsturz aus in dem französischen Alten. Dann hast du in deinen Medien, jetzt momentan sind es nur Worte und diese Worte werden dich sofort wieder eine Erinnerung in dir wachrufen, wo du meinst, das war vorher in der Zeitung, das ist so und so langer Zeit, ist das passiert. Nein, es ist immer jetzt. Aber dann kommt diese Solidarität, dieses unendliche Geheuchelte. Dann fliegen die ganzen Politiker hin. Das ist nicht, dass die Politiker, die wir uns jetzt ausdenken, die in Erscheinung treten, dass die sich das raussuchen können, dass die jetzt von dir geträumt werden und du kannst dir nicht raussuchen, dass du die träumst. Das ist ein Leerfilm. Das zu überwinden ist ganz wichtig. Dann kommt der Bundespräsident, dann ist in dem Dorf, wo die umgekommen sind, die große Trauerfeier. Ja, du was meinst du damit überwinden? Dann wird hier Solidarität. Wir sind ja solidarisch. Pass auf, ich mache mal ein schönes Beispiel. Du denkst dir an Weidezaun und an dem Weidezaun halten sich manche Leute fest, eine ganze Reihe von Leuten und die schreit laufen, weil sie einen Schlag nach dem anderen kriegen. Das ist, weil sie nicht loslassen können. Und jetzt gehst du hin und hältst dich auch mit fest, weil du solidarisch bist. Du leidest mit. Aber könnte man jetzt nicht einfach sagen, man macht da ein Schauspiel draus? Weil das macht man halt so? Das, was du anschaust, ist ein Spiel, das du anschaust, ist ein Schauspiel. Du musst immer die Ebenen wechseln. Das ist das Bärmögen, die Festhalten an der unteren Ebene. Wenn du doch bewusst in ein Kino dir einen Film anschaust, einen Hollywood-Film, gehst du mit den Bildern ganz anders um, wie wenn du meinst, das ist in Nachrichten. Also das heißt, man müsste schon da... Naja, aber ich sehe jetzt zum Beispiel den Udo, der würde ja niemals auf eine Demonstration gehen und so. 100%. Ich kann es dann ausstrauferwetten, dass er das nicht macht, weil er das auf seinem Programm drauf ist. Der Udo ist so, wie du ihn dir ausdenkst. Ach so. Da kannst du jetzt dir an einen anderen denken, der sich an Udo ausdenkt, der total eine Spinne ist, weil der glaubt, er ist Gott. Und er sagt, die können ja nicht zuhören. Du bist Gott. Gott ist der, der alles aus sich heraus schöpft und du denkst, die bist den Udo aus. Der Udo ist bloß eingeschöpft. In unser erstes Gespräch hast du auch gesagt, die Holofeeling-Wende ist viel... Revolution ist viel eingreifender als die Copernicanische Revolution. Der Austausch des Betriebssystems. Ja, ja. Also ich habe in einem der Selbstgespräche gesagt, wir bleiben mal hier. Das sind jetzt ganz grobe Metaphern. Ich sage immer wieder, meine Beispiele sind zuerst einmal Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und wir bleiben mal bei dem Computer. Du hast beim Computer, brauchst du zuerst einmal ein Betriebssystem. Das klassische Betriebssystem, das ist ja jetzt bei Windows sind ja schon so viele Programme mit drin, aber wenn du noch mit DOS, wenn man das kennt, wenn man sich ein bisschen mit Computer auskennt, dass das klassische Betriebssystem ja eigentlich nichts macht. Du brauchst ein Programm. Das Programm wiederum beinhaltet die Daten und bestimmt, was das Betriebssystem machen muss. Das Betriebssystem ist nur ein Arbeiter, der das ausführt, was das Programm vorschreibt. Okay? Wir sagen jetzt einmal, der tiefste innere Glaube, den du hast. Das ist zur Zeit dieses materialistische Weltbild. Und das hat sich ja im Laufe jetzt in deiner ausgedachten Welt, das ist ein Symbol verändert. Wir gehen jetzt einmal, wir sagen, wir sitzen in einem Biergarten. Wir fünf, die du dir jetzt ausdenkst, wir sitzen in einem Biergarten und wir quatschen über Gott und die Welt. Oh, schön. Und jetzt stellen wir uns vor, dass der Heiko in seinem tiefsten inneren Glauben noch den Glauben hat, wo wir uns jetzt ausdenken, dass man das vor 500, 600 Jahren geglaubt hat, dass die Welt der Scheibe ist. Und der Lothar, der ist etwas moderner, der glaubt, dass die Welt der Kugel ist, im tiefsten Inneren, ganz in der tiefsten, untersten Ebene. Und der Matten, der ist wesentlich moderner, der weiß, das ist ja nur ein Matrixkonstrukt. Und ich sage mal wieder, wir sind nicht in der Matrix, wenn das viele sagen. Die Matrix ist das Programm, der Intellekt, der diese Traumwelt aufwirft. Die Traumwelt selber ist nicht die Matrix, sondern die Matrix ist der Glaube, der im Hintergrund steht, der diese Bilder, diese ständig wechselnden Bilder, die du dir als unabhängig von dir existierend ausdenkst, in dir immer nur facettenweise im Hier und Jetzt in Erscheinung treten lässt. Wenn wir jetzt diese drei, den Heiko mit seiner Scheibe, den Lothar mit der Kugel und den Matten mit dieser, das ist jetzt die Holofeeling-Wende mit dem neuen Betriebssystem, wenn dieser tiefste Glaube in euch drin ist und wir sitzen jetzt und wir quatschen einfach momentan über das Bier, wie das Bier schmeckt, was du feststellen, dass oberflächlich betrachtet alle drei Betriebssysteme letztendlich dieselben Bilder aufhören. Ich habe einmal so als Beispiel gebracht, du kannst ein YouTube-Video mit einem Apple-Computer abspielen und du kannst es mit einem Windows-Computer abspielen, obwohl das zwei komplett unterschiedliche Betriebssysteme sind. Okay, also es ist ein ganz gewaltig... Verstehst du, was ich meine? Das heißt, oberflächlich betrachtet ändert sich überhaupt nichts, wenn du dein Betriebssystem austauschst. Aber es ändert sich die Zukunft, die ganzen Möglichkeiten. Es hat sich nicht so viel von der Scheibe zur Kugel geändert. Das ist die kopenikonische Wende, aber die Holofeeling-Wende. Durch das Verändern bleibst du oberflächlich, wenn du das einmal ausgetauscht hast, bist du immer noch, wir sitzen immer noch im Biergarten, aber jetzt ist die Zukunft weg. Jetzt bist du im Jetzt. Jetzt erkennst du, dass die Bilder, die du aufhörst, dass die aus dir kommen und du hast erkannt, was du selber bist. Ich sage in der Vielheit für euch nochmal, alles, was in euch auftaucht, ob das Filme sind, ist natürlich immer wieder, dass jetzt der Matten ganz andere Filme auch im Hintergrund hat wie die Daniela. Das ist ganz individuell, aber was jetzt in euch allen drin ist, ist dieser Matrix 1999. Übrigens ganz nebenbei, bei meinem ersten Vortrag in Albina hier und jetzt ausgedacht, habe ich ein halbes Jahr vorher, da hat noch keiner gewusst, dass der Film ins Kino kommt, habe ich das schon vorher, die waren dann danach ganz entsetzt, weil ich das ganz intensiv dieses Prinzip erklärt habe, dass natürlich jetzt hier bei dem Film Matrix, dass hier die Regisseure Wachowski heißt, ist ein gewisser Erweckungsprozess und der Produzent von dem Film Matrix ist Joel Silver. Der hat noch etliche andere Fletchers Fictionen und ähnliche Filme produziert, jetzt traumzeitlich ausgedacht. Das ist ein jüdischer Name. Joel Silver, der heißt eigentlich auf Jüdisches, es ist amerikanisiert, heißt Kesov, das heißt wie eine Schwelle. Das hebräische Wort für Silber heißt die, das sind diese Wellen. Und jetzt, wenn du bewusst schaust, was soll mir das sagen? Viele, die die Filme erklären, gehen gar nicht weit genug. Ich habe immer wieder darauf hinwiesen, schon die Frage, willst du die rote oder die blaue Bille? Das ist sehr interessant mit meinem Rot und Blau in den Büchern. es kommt alles aus mir. Glaubt es mir oder lasst es sein. Und ich bin du. Bloß ich weiß, wer ich bin. Ich erkläre dir die ganze Zeit, dass ich du bin. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du das Buch durchgelesen hast. Jetzt ist es ja so, schon die Frage, wieder die rote oder die blaue Bille, ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links? Das ist der erste Fehler, den du erkennst. Du musst wissen, die blaue Bille führt dich in die Welt des Traums. Die rote Bille führt dich nach Zion. Zion heißt Grabstätte. Darum sind die da unten in so einer unterdischen Höhle. Das ist praktisch hier, wo die Matrix dann sich die Geister sind. Die kommen aber nur in die oberflächliche Welt. Das heißt, in die Matrix, wenn sie sich an den Computer anschließen. Die können in diese Welt nicht reingehen, sondern wenn die in die blaue Welt waren, müssen sie ihren Nackenkabel anschließen an den Computer und dann kriegen die den Film eingespielt und das, was du siehst, das ist einmal die blaue Welt gibt es ohne die rote gar nicht. Wenn du nur die rote Bille nimmst, dann ist es definitiv so, dann willst du ein Geist sein, der nicht träumt. Wenn du nur die blaue Bille haben, es gibt keinen Traum ohne einen träumenden Geist. Das heißt, du kannst rot und blau gar nicht trennen. So wenig wie du den Denk und das Ausgedachte trennen kannst. Aber wichtig ist der dritte, die Synthese. Wer denkt sich jetzt die rote, wer denkt sich Zion aus und wer denkt sich diese Oberfläche in der Matrix ist, du denkst dir doch beides aus. Und jetzt pass auf, jetzt sagen wir ganz einfach, da liegt jetzt, Daniela ist die Trinity, der Heiko ist der Neo, die wollen beide in die Matrix rein, der Matten ist der Morpheus, dann werden die, legen die sich hin, dann werden die am Computer angeschlossen, es ist ein Computer, ein Zentralcomputer. Und in dem Moment, wo die jetzt in die Matrix gehen, macht es Wusch und die befinden sich in der Matrix. was jetzt wichtig ist, das was du als Zuschauer in dem Film siehst, dass hier Morpheus, Neo und Trinity in der Matrix rumlaufen, sieht weder der Morpheus noch die Trinity noch der Neo, die sehen nur, wenn sie in der Matrix in ihre Perspektive, als wenn sie, was in ihrem Kopfkino abläuft, ist der Blick durch ihre Augen, diese reine Ego-Perspektive. Das heißt, wenn hier jetzt zum Beispiel der Matten skypt mit dem Udo, wir sagen jetzt einmal, da ist ein Udo-Charakter, ein Udo-Programm und ein Matten-Programm und die sind beide jetzt in diesem Udo-Anschlossen, dann fangen die zum Träumen an, in dem Moment sind sie in der blauen Welt und wenn du das Matten-Programm in dir laufen hast, in diesem Kopfkino, ist dann ein Matten vor dem Computer und hat ein Pixelmännchen Udo vor sich. Das Udo-Programm sitzt ein Udo vor dem Computer und hat ein Pixelmännchen Matten vor sich. Das sind zwei komplett eigenständige Träume. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Die sind aber verbunden in diesen Computer. Das ist IUB. Ich habe einmal das Beispiel gemacht, dass ich sage, du denkst dir ein modernes Hotel oder ein Multimediakino. Ich mache immer gerne ein Hotel mit einer ganz modernen Videoausstattung und jedes Zimmer ist hier ein Fernseher, wo du sofort Filme abrufen kannst aus einer Zentrale, von einem Zentralkomputer. Und du musst wissen, als ich bin bewusst sein, bist du zuerst einmal dieses Zimmer und du kannst nicht wissen, was in den anderen Zimmern läuft. Du kannst nur schauen, was in deinem Zimmer auf der Leinwand in Erscheinung tritt. Es gibt auf dieser unteren Ebene keine Möglichkeit, hier von dem einen Kopf in den anderen reinzuschauen. Das kannst du nur wieder, was in den Zimmern unterschiedliche Filme gleichzeitig laufen, das weiß nur der, der drüber ist, der die Filme verteilt. Der in der Zentrale sitzt, der weiß, Zimmer sowieso schaut jetzt den Film an und Zimmer sowieso schaut sich den Film an. Das ist wieder eine Bewusstseinsstufe höher. Ich könnte jetzt sagen, das Bücherregal. In dem Moment, wo du aber ein Buch anfokussierst, dich konzentrierst, vergisst du alle anderen Bücher. Und in dem Moment, wo du in dem Buch eine Seite anschaust, vergisst du das Buch. Es ist aber im Hintergrund trotzdem da, so wie ein Betriebssystem da ist und ein Programm läuft und wenn du jetzt meinetwegen los schreibst, denkst du nicht an einen Internetbrowser oder irgendwie an ein Buchführungsprogramm. Erst wenn du das wieder einschaltest, wenn es auf dem Bildschirm in Erscheinung kommt. Und das ist das, wo ihr immer wieder weglitscht, dass hier diese Frage, wo wir in unseren Gesprächen ein paar Mal hatten, wenn du sehr aufmerksam warst, dass du dann wieder an den Matten denkst und dann sagst du, mein Sohn ist ja dann nicht da, nachher habe ich gegrinst. Doch, der ist in dem Moment da, wo du ihn denkst. Wenn du ihn nicht denkst, ist er nicht da. Aber dann hat er auch kein Problem. Und auch der Matten hat kein Problem mit seinem Sohn, dass dem was passieren könnte, weil das erste Problem, das aufgeworfene, Probleme heißt, das Vorgebirge, wir haben wieder unseren Wellenberg, das in dir auftaucht, ja erst entsteht, indem du dran denkst. Aber du glaubst, dass das Problem auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Ja und ich habe mich dann auch noch im Nachhinein schuldig darüber gefühlt, dass ich gedacht habe, was, wenn ich ganz passiv werde, ich denke einfach nicht mehr an negative Situationen. gut. Ja, aber ich kann mich auch nicht aus... Das ist die Moral. Was jetzt passiert, dass du merkst, dass die Ursache für Leid ist dieses fehlerhafte Programm. Ja. Es ist immer noch diese Verlustängste, diese Verantwortung. Das Programm sollst du ja... Und darum habe ich immer wieder darauf hingewiesen, als Matten, dass du eh nicht anders könntest. Du hast ja deine Rolle zu spielen, dafür sorglich erfordert zu sein. Das will ich dir nicht abtrainieren, aber ich unterhalte mich jetzt nicht mit diesem Programm, sondern ich unterhalte mich mit dem Geist. Also das verändert sich dadurch definitiv nicht. Wenn du das Daniela-Programm laufen hast, da ist die Matten und die Matten und seine zwei Kinder sind. Der Daniela bin ich jetzt vollkommen am Arsch vorbeigegangen, die haben für dich gar nicht existiert, bevor du in ihr das erste Mal aufgetaucht bist. Weil das komplett andere Welten sind. Das findest du in der Physik, in der Mehrweltentheorie. Aber die werden natürlich auch wieder versucht, traumzeitlich zu interpretieren. Das ist immer mit den Vorstellungen. Ich könnte euch das so genau zeigen, wenn man in physikalische Bücher reingeht. Die Formen sind übergenial, so wie die Dora übergenial ist. Auch der Koran übergenial ist, wenn man das einseitig, raumzeitlich interpretiert. Es ist überall dieselbe Geschichte, bloß etwas anders beschrieben drin. Du hast den Charakter, den du zur Zeit durchlebst. Das ist der Schwerpunkt. Und jetzt kommt diese Stelle im Dialog der Liebe. Du hast dein Leben bisher nur durch die Perspektive deines Charakters gesehen. Und jetzt fängst du langsam auch noch dieselben Sachen, die der Matten so sieht, durch die Augen des Christus zu sehen. Das heißt, jetzt kommt langsam das höhere Bewusstsein in dir. Dieses Ich beobachte mich, wie ich mich beobachte. Jetzt könnte ich die Farben setzen. Dieses Ich bin, der Leser, beobachtet sich, also diesen Charakter, der sich zur Zeit als der oder der Person empfindet, im Traum. Und das sind Schichten. Ich erinnere hier zum Beispiel mein Faschingsball-Beispiel. Stell dir mal vor, du gehst auf einen Faschingsball, es ist Maskenzwangmatten. Du weißt nicht, wer hinter der Maske sitzt und du hast ein nettes Gespräch mit irgendeinem anderen Gast. Jetzt ist dir natürlich klar, wir sagen mal, der hat irgendwie die Maske auf vom Obama-Politiker. Jetzt ist dir natürlich klar, dass du dich nicht mit dieser Person, mit dieser Maske unterhältst, sondern jetzt normal gesprochen mit der Person, die diese Maske trägt. Aber jetzt die Sprache sagt dir, dass die Person, sprich der Körper, dass das ja auch eine Maske ist. Persona heißt ja Maske, auch Larve. Das heißt, du unterhältst dich nicht mit der oberflächlichen Maske und auch nicht mit dieser Person, die die Maske trägt, sondern mit dem Menschen, der zur Zeit als diese Person in einem Traum in Erscheinung tritt. Aber jetzt weißt du, dass der Mensch ja nur ein Konstrukt werde und Interpretationsprogramm ist, mit dem unterhältst du dich auch nicht, sondern mit dem Geist, der in Verbindung mit diesem Programm, mit diesem Körper, mit dieser Maske, mit diesem Gesicht praktisch in dir in Erscheinung tritt. Du merkst, dass du mehrere Schichten hindurch, bis du zum eigentlichen Geist kommst und du wirst dann erkennen, das bist du selber. Es ist jeder Mensch, den du denkst, der jetzt in dir auftaucht. als Person ist zuerst einmal ein Gedanke, für den gibt es kein Feuer und kein Norde. Und wieso macht ihr euch das so schwer in eurer Personifizierung, wenn ihr dieses einfache Prinzip begreift, dass nichts und niemand leiden kann und es wird auch kein Gedanke von euch überleben und jeder Gedanke, den du denkst, der wird so sein, wie er von deinem Programm gedacht wird. Du hast Philosophen, mit denen hast du sympathisiert und bei anderen Philosophen mit einem Mattencharakter hast du gesagt, das liegt aber in den Alten, die haben nichts begriffen. Dies konnten gar nicht anders sein, wie du sie dir ausdenkst. Es ist das, was ist und darum sage ich, du musst als erstes Christusbewusstsein bekommen. Diesen Zustand, ich nehme alle Schuld auf mich. Jetzt kriegst du das Bewusstsein, das Einfaltspinsel, des träumenden Geistes, der weiß, egal was ich im Traum in Erscheinung treten lasse in meinem Kopfkino. Es ist so, wie ich es in Erscheinung treten lasse. Das heißt, die haben keine Schuld. Darum betone ich immer wieder, wenn ich jetzt hier geistlose, machtgeile Politiker selbst darstelle, egal was du dir ausdenkst. Die sind immer nur dann, wenn ich sie denke und ich stelle jetzt fest, ich ist jetzt nicht mehr dieser träumende Geist, sondern der, der sich als träumenden Geist bewusst denkt. Ich sage immer wieder, träumende Geiste, die wir uns denken, ist ja schon wieder ein Symbol für dich selber. Also erhebst du dich jetzt, du wirst jetzt bewusst sein, dass dieser träumende Geist natürlich auch jetzt was Ausgedachtes ist, den du genauso frei zu sprechen hast, weil der kann sich ja nicht raussuchen, was er träumt. Und jetzt suchen wir den Schuldigen. Ja, das bin es erst einmal ich. Ich nehme alle Schuld auf mich. Und jetzt, was wieder in materialistischer Logik einseitig negativ klingt, ist eigentlich das genaue Gegenteil, weil die Frage, wer ist schuld, wer ist dafür verantwortlich, ist ja auch eine Frage von Schöpferfähigkeit. Ich bin dafür verantwortlich, ich habe es gemacht. Dir ist bloß noch nicht bewusst gewesen, dass du das alles magst, was du dir ausdenkst. Ich benutze sehr oft in meinen Gesprächen, obwohl das in einem schönen Deutsch nicht so korrekt ist, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gemacht. Das, was ich mache, wenn ich etwas gemacht habe, habe ich die Macht. Und jetzt kommt so ein schöner Satz von mir, du hast dann die absolute Macht, wenn dir nichts mehr etwas macht. Dann bist du heiliger Geist. Dann erfreust du dich an deiner Vielheit. Und es hat sich in dir vollkommen ausgelöscht, irgendeinen Gedanken am Leben erhalten zu wollen. Aber macht das dann der Intellekt? Wer dafür verantwortlich ist, ist ja dann der Intellekt. Das ist das Programm, das ist die Rolle, die du zur Zeit spielst. Und das ist jetzt das Schöne, dass du das zu durchschauen hast, weil du dich selbst in unterschiedlichsten Facetten erlebst. Und jetzt ist die Demut gefragt, dass man zuerst einmal unten anfängt, nicht oben. Wir sind in einer Mentalität, dass viele sich erkoren, im Film, es ist doch alles, wenn du schaust, immer ein Geschwätz, ein Machtkampf, ein Besser sein wollen, was Besonderes sein wollen. Diese ganze Selbstdarstellung, die Selfie-Gesellschaft, Facebook, man nennt, will irgendeiner sich, wie viele Likes habe ich, wie toll bin ich, wie toll. Es ist so wichtig, was die anderen von mir denken. Ganz allen voran Daniela, unsere ersten Gespräche. Ja, aber die anderen. Ich sage, was sind die jetzt? Ja, klar, die anderen. Was denken dann die anderen von mir, Matten? Die anderen, die du dir jetzt ausdenkst, denkst, sind eigentlich Blanke, die werden das denken, was du denkst, dass die denken. In meinem Thomas-Evangelium habe ich eine schöne Sache, da fragen mich die Jünger, Meister, wann sind wir frei? Und ich sage, geh mitten auf dem Marktplatz, zieh dich splitterfasernackt aus, mittags, tanze und lache und scher dich an Dreck, was die Menschen um dich herum denken. Das tut ja auch keinem weh. Aber die anderen sind ja auch die Engel. für dich in der Geschichte und dann sagt meine Inge, so weit bin ich noch nicht. Und dann sage ich, pass auf, Inge, es geht gar nicht darum, dir das zu beweisen, sondern es geht darum, dass dir bewusst wird, dass der Charakter Inge das niemals machen würde. Und es geht auch nicht darum, dass du das dann magst, sondern dass du dieses Bewusstsein wirst. Aber was jetzt das Interessante ist, wenn du mal wirklich begriffen hast, dass das nur Figuren in deinem Traum sind, auch der Mensch, der du zu sein glaubst und dir dann wirklich vollkommen gleichgültig ist, was die anderen von dir denken, dann heißt es auch nicht, dass du das machen musst, um dir das zu beweisen. Weil wenn du weißt, dass du das kannst, hast du das nicht nötig, dir das zu beweisen. Und da kommen wir jetzt mit dem Glauben. Der Glaube ist, wenn du deinen Glauben analysierst, dein tiefster innerer Glaube bestimmt, wie die Welt ist, nicht deine Wünsche. Mach dir sehr bewusst, was du dir wünschst. Weil diese Wünsche zeigen dir, was du glaubst. Alles, was du dir zum Beispiel hast du ein neues Auto. Das ist ja so ein Wunsch in Bezug auf ein spezielles Objekt. Und der Glaube, dass du das ja nicht besetzt. Und ich sage immer wieder, in dem Moment, wo du eine Gedankenwelle aufschmeißt, ich sage, du hast es besessen, du warst Einzelwild, bevor du dir das ausgedacht hast. In dem Moment, wo du dir das vorstellst, vor dich hinstellst, denkst du dir das aus und sagst, ich will das haben. Wie definierst du haben? Besitzen? Da ist irgendein etwas, was etwas besitzt. Letztendlich besitzt du jeden Gedanken, der in dir auftaucht. Jedes Haus, jeder Garten. Das ist alles deins. Das sind ja die Geschichten hier, raumzeitliche, schnickstackgeschichte, wo die Inge so lachen musste. Die hat mich einmal nach, jetzt mache ich wieder bewusst, eine Märchengeschichte, dass für euch jetzt ein Film abläuft. Da war ich mit meiner Inge in Malorga und dann stehen hier die großen Yachten, da sage ich, boah, habe ich so Blasen als Udo. Und da sage ich, Mensch, ist das ein Streit? Stell dir mal vor, was die für eine Arbeit machen zum Sauberhalten und dann die ganzen Häuser, wenn du spazieren gehst, die schönen Gärten jetzt, wenn du durch Vorstadt läufst, wenn die die Gärten machen, was das für eine Arbeit macht. Es ist alles meins. Es ist meins. Ich besitze das, weil ich mir das ausdenke. Meine Gedanken sind mein Besitz oder etwa nicht, Martin? Sind nicht deine Gedanken dein eigener Besitz? Egal, was du denkst, es kommt aus dir. Du kriegst eine ganz andere Qualität. Was das Problem ist, wenn du die vielen Häuser siehst, du willst ja, dass das schön ist, was das für eine Arbeit macht, zum Beispiel die Gärten zu machen jetzt im Sommerrasen. Ich habe mir da einen tollen Trick einfallen lassen. Ich denke mir, Trockennasen auf dem Haus und dann rede ich ein, ihnen gehört das Haus. Aber da ist doch ein Qualitätsunterschied. Ich kann mir denken, ich bleibe bei deinem Beispiel, ich laufe neben den Booten und ich denke, das sind doch meine Gedanken, ich bin zufrieden. Aber es ist doch ein ganz qualitativer Unterschied, ob ich mich nur die Boote ansehe oder die tatsächlich besitze und damit rumfahren. Es ist materialistische Logik, wenn du dir das jetzt anschaust. Du wirst merken, wenn du das einmal deine Gedanken als deinen Besitz anziehst, die du für dich selber ersichtlich machst, indem du dir die ausdenkst. Und in dem Moment, wo du was anderes denkst, musst du immer austauschen, weil du bloß gewisse Perspektive mit deiner momentanen Energie relativ bloß kleine Facetten verwirklichen kannst. Das ist wie mit der Gnede jetzt in dem Beispiel, du kannst eine Tasse draus machen oder eine Brezel draus machen, aber nicht beides gleichzeitig. Aber was jetzt ist, dass diese Erkenntnis rein materiell geprägt ist, das heißt, du wirst merken, wenn dein Geist reift, das ist ein Prozess, das im Laufe des Lebens passiert. Könnte ich jetzt hier sagen, ich mache wieder als Beispiel das Udo-Leben. Ich kenne ja die ganzen Balletten, wie den wünscht, im Jungen. Das ist immer wieder, bis dein Wiedererinnern kommt, das Leben ist ja festgelegt. Ich komme aus ganz ärmlichen Verhältnissen und habe mir dann rein durch die Kreativität meine Entwicklungen kleine Firmen aufgebaut und ich war dann das, was man reich nennt. Gut, das ist immer relativ. Ich habe 11 Millionen Umsatz gemacht. Da kann man sich schon reich nennen. Ich habe Porsche Turbo gefahren, große Autos gefahren, die Welt bereist. Aber das ist, irgendwann merkst du, das ist es nicht. Und das, was du dann kriegst, ist eine vollkommen neue Qualität und glaub mir, ich jetzt in dieser raumseitigen Geschichte seit 25 Jahren, ich bin wunschlos, es gibt überhaupt nichts, was ich denken könne, was ich haben möchte. Es ist eh meins. Das wird vollkommen uninteressant. Das ist wie mit der Pubertät. All das, was bis zu deiner Pubertät für dich unheimlich wichtig ist. Das Fahrrad, die Carrera-Otorenbahn oder ein paar Mädchen, die Barbie-Bubbe, das kippt um, das wird vollkommen nichtig, wenn du in der nächsten Entwicklungsetappe bist. Und dann kommst du mit der Pubertät in dem Bereich der Sexualität, mit all dem, mit dem weltlichen Haus, Kinder, Urlaub, je nachdem, was dein Charakter halt dir vorgaukelt, was wichtig ist für dich, was man unbedingt braucht, um glücklich zu sein. Und dann kommst du in die dritte Stufe, in die Synthesestufe. Es sind immer drei mal drei mal drei Wachstumsstufen. Da frage ich mich jetzt zum Beispiel, warum ich jetzt als Daniela zum Beispiel sich das so überschneidet. Was überschneidet sich? Naja, jetzt mit 31 manchmal denke ich schon so, dass das so vorstellt. das wirst du merken, aber es ist, bleib einmal in dem groben Symbol, wenn du in die Wechseljahre kommst, dann wird die Stufe vorher wieder genauso nichtig. Was man sich nicht vorstellen kann, weil du immer bloß von oben nach oben sehen kannst, aber nie von unten nach oben. Ja klar, aber jetzt denke ich mir, warum ist denn jetzt so Holofeeling da? Wieso dann erst mit 40? Weil du das, das ist ein riesengroßes Geschenk, was aber in keinster Weise heißt, dass du das abkürzen könntest. Weißt du, du kannst das nicht abkürzen. Das ist, es ist, du musst da durch. Aber du kannst, Ja, aber ich denke mir schon so aus, weil es in der Situation, dass du bist, du wirst merken, dass den einzigen Feind, den du hast, ist dein Ego und den wirst du mehr oder weniger heilen, ohne das verändern zu wollen, indem dir Sinnlosigkeiten bewusst werden. Ich habe mir gerade das ziemlich mal was ansprechen. Wie oft taucht in dir eine Zukunftsangst auf? Ja, ich darf jetzt mal... Wie aus dem Nichts. Ja. Verstehst du, du sitzt und von einer Sekunde ist es oft ein kleiner Blick in die Zeitung oder irgendeinige Sätze im Fernsehen und dich fällt wie aus dem Nichts eine extreme Zukunft, sagst du. Das ist eine Reaktion deines Programms. Ich sage immer wieder, dein Ego, dein blaues Licht ist ein Konstrukt, Werte und Interpretationssystem. Du konstruierst aus gewissen Worten, Vorstellungen, wenn ein Wort, wenn du liest, hast du eine gewisse Vorstellung. Du wirst jetzt bei dem Wort Einstein wahrscheinlich irgendein so ein Haarichen, der die Zunge rausstreckt. Das ist ein ganz bekanntes Bild, wo ich in dir reingemacht habe. Aber du wirst dann nicht irgendwie was, was ich in eine blonde Frau denke, wenn du das Wort Einstein hörst. Und das ist dein Charakter konstruiert in Maßsetzung deines Interpretationssystemes. Du interpretierst und du wertest. Das ist dein Charakter. Das ist das Ego. Und das sollst du beobachten. Und da sind so viele sinnlose, das sind die fehlenden Führerscheinprüfungsbogenreaktionen, die nichts bringen. Das ist zum Beispiel Trauer. Das Leid, das du mit Trauer erzeugst in deinem Programm, wenn du die Sinnlosigkeit erkennst. Da habe ich ein schönes Beispiel übrigens in einem der Ohrenbahrungen die alte balinesische Kultur. So steht es in Büchern drin, dass die keine Trauer gekannt haben, weil die von klein auf anders erzogen worden sind. Ja, so gesehen ist alles sinnlos. In der Ohrenbahrungen ist das am Ende. Das war die Beispiele. Aber das gehört auch dazu. Du kannst jetzt nicht nur Sonnenschein haben. Das gehört zu deinem Programm. Na eben. Ja, pass auf. Nochmal, du verwechselst hier Sonnenschein und Regen. Klingt jetzt in deinem Regen. Ich interpretiere es jetzt einmal mit dem Udo-Programm. Das klingt so, als wenn Sonnenschein schön wäre und Regen schlecht wäre. Wie oft sage ich, frage einmal einem Bauern, was besser ist. Frag einem Bauern, was besser ist. Sonnenschein oder Regen. Der wird dich mit großen Augen anschauen und sagen, was ist das für ein Blödes. Also du meinst, alle negativen Gefühle rausmachen. Darum geht es. Nein, überhaupt nicht. Ja, was jetzt? Du hast doch, wie oft habe ich zum Beispiel erzählt, dass du sitzt und sagst, Mensch, heute Abend kommt ein toller Grudel in dem Fernsehen, da freue ich mich schon drauf. Das ist eine Freude. Dann freust du dich, dann schaust du dir zum Beispiel Sieben an, den Krimi Sieben, der übergenial ist, mit einem ganz tollen moralischen Ende. Sieben kennst du, oder? Ja. Mit einem Brettbett. Mit einem übergenialen, was ist Moral? Alles. Die Sachen. Einmal schauen, hast du keine Chance, dass du das verstehst. Bei der Matrix zum Beispiel, bei den Filmen gleich, der reicht zehnmal nicht aus, wenn du Holophilien nicht hast, diese Facetten dazwischen in Zahlen. Geistreich dazwischen ist, wo du sehr schnell merken kannst, dass die, die dieses Drehbuch, die du dir jetzt ausdenkst, geschrieben haben, die können das überhaupt nicht wissen. Ich sage das auch bei den ganzen Liedtexten, wo ich euch einspüle. Ja. Jeder Moment, der in euch auftaucht, ist maßgeschneidert für dich selber. Ich teil dir was mit. Und jeder Moment, den du erlebst, es wiederholen sich viele Momente, dann hast du es noch nicht verstanden, aber wenn du was durchschaut hast, ist es abgehockt. Und jetzt ist es das, was du sagst, Freude und Leid. Du musst die ganze Ballette der Gefühle genießen können. Als normaler Mensch wirst du bloß die schönen Gefühle und die schlechten, die negativen Gefühle, den Schmerz zum Beispiel, den versuchst du zu vermeiden. Aber es gibt keine Freude ohne Schmerz. Es gibt keine Gezüglichkeit ohne Leid. Weil das eine Gedankenwelle ist. Aber jetzt, was du noch nicht gecheckt hast, dass diese beiden sich widersprechende Hälften, wenn du die verbindest, entsteht was vollkommen Neues. Und da du jetzt nicht von unten nach oben sehen kannst, bringe ich immer wieder das Kegelbeispiel, dass du dich bewusst eine Stufe reduzierst, dass du sagst, ich lebe in einer Welt, wo es nur Flächen gibt. Und dann ist halt das Kreis was ganz was anderes wie ein Dreieck. Ein Kreis ist rund, ohne Ecken, ohne Kanten und der Dreieck ist spitz und eckig. Und das widerspricht sich total. Das widerspricht sich ja eigentlich nicht. Das kann doch nicht hell und dunkel gleichzeitig sein. Es kann beides, kannst du verbinden, du brauchst aber eine Dimension mehr und da du dreidimensionale Vorstellungen machen kannst, wird dir jetzt klar, dass du Kreis und Dreieck in zwei Perspektiven eines Kegels. Aber jetzt kann man nicht sagen, dass Trauer sinnlos ist. Pass auf, der Kegel ist eine voll, was vollkommen Neues, der aber letztendlich sich auf der unteren Ebene auf Kreis und Dreieck aufbaut. Und ich sage jetzt zum Beispiel Sonnenschein und Regen, ganz grob, das ergibt Wetter. Wetter ist eine vollkommen neue Qualität, die nichts mit Sonnenschein und Regen zu tun hat, oberflächlich betrachtet. So wie ein Kreis, ein Schattenwurf, habe ich so oft wiederholt, wenn ich sage, frage ich an normalen Menschen, ist es der Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck, sagen die meisten, sowohl als auch, ich sage weder noch, weil Kreis und Dreieck sind Flächen und der Kegel ist ein Kölb. Eben. Dieser Körper kann projiziert als Schattenwurf, als Kreis und Dreieck und noch viele Zwischenformen in Erscheinung treten. Aber wenn ich dich frage, ist ein Kegel ein Kreis oder ein Dreieck und du sagst sowohl als auch, stimmt das nicht? Weder noch, weil er eine höhere Qualität darstellt. Und das ist jetzt, das leuchtet dir ein, gehe ich davon aus, aber nur, weil du dreidimensional denken kannst. Aber jetzt frage ich dich, Daniela, das habe ich dich, glaube ich, schon mal gefragt, wie sieht das aus, wenn wir einen Kegel und eine Kugel nehmen und du sollst die zwei verbinden. Wie sieht das aus? Großes Fragezeichen, du wirst feststellen, jetzt musst du die Welt der dreidimensionalen Bilder verlassen und du musst jetzt in die Welt der Worte gehen und du wirst sofort merken, Kegel und Kugel, Hebräisch, konsonantenlos, werblos gelesen, fokallos, Entschuldigung, fokallos gelesen ist KGL, KGL, die Radix KGL, hast du ein paar Kegel und hast du ein paar Kugel und wenn wir das jetzt hebraisieren, heißt das wie eine Welle, weil GL heißt Welle und Kafam als Vorsilbe, als Präffix heißt wie, wenn du jetzt Kaf, GL hinschreibst und zeigst es einem Hebräer, dann sagt er, was heißt das, dann sagt er wie eine Kugel. Jetzt komme ich in die Welt der Worte, jetzt beginnt Holophilie. Dann ist es ja schon wichtig. Ich rede von etwas vollkommen Neues. Das heißt, dann muss man das schon studieren. Momentan ist es nicht deine Aufgabe, momentan reicht es, wenn du weißt, was du selbst bist. Das ist das, was hier, der Sprung, das Einzige, dass du ein träumender Geist bist und nochmal, der träumende Geist, den du dir ausdenkst, ist auch schon wieder ein Gedanke. Du bist etwas, was du nicht denken kannst. Meine Botschaft ist, ich bin du und du bist ich und wir sind alles. Das symbolisiert erst, wenn du begreifst, dass du etwas bist, was nicht in Erscheinung treten kann. Wirst du auch verstehen, dass du ewig bist. Ewiger Geist von meinem Geist. Und alles, was in Erscheinung tritt, sind vergängliche Erscheinungen wie die Figuren in einem Traum. Den Geist erlebt nur der träumende Geist. Den Traum, Entschuldigung. Und nur der träumende Geist fühlt und empfindet. Keine Erscheinung in deinem Traum muss leiden. Es sind deine Interpretationen von Illusionen. Hört, ich habe das so oft erzählt, hört euch einfach die Selbstgespräche. Also jetzt diese aufgenommen. Das heißt, dass immer wieder deine erst, wenn du anfängst zu sagen, ich bin der Matten, dann wirst du das, was der Matten erlebt, körperlich erleben. Weil du sagst, das bin ich. Und der Matten sagt nämlich, ich bin dieser Zahn, der wehtut. Aber der Zahn selber hat keine Schmerzen. Und du wirst jetzt erkennen, mit deinem materiellen Intellekt muss dir klar sein, der Zahn hat keine Schmerzen. Denk mal das Beispiel, ich kratze mir in der Handsfläche. Deine Hand spürt es nicht. Das sind ja beide Seiten. Du spürst es. Aber jetzt ist es, dass der Matten das auch nicht spürt, weil der ja auch was ausgedacht ist. Aber weil du, Geist, sagst, ich bin der Matten und alles andere bin ich nicht. Ja. Wie sieht es aus, wenn deine Frau Zahnschmerzen hat? Du denkst dir den Matten aus und du denkst dir deine Frau aus. Dann bist du empathisch. Dann hast du ein Mitgefühl, du kannst dich da reinversetzen, du weißt, wie sich das anfühlt, aber nur feinstofflich als Gedanken, ohne das zu realisieren, weil du bist ja nicht deine Frau. Ja. Sobald du aber wieder den Matten dir denkst und der hat Zahnschmerzen, so wie du jetzt das zu sein glaubst und der Körper von dir real empfunden wird, realisiert sich auch der Schmerz, der von dir als solcher interpretiert wird. Aber wenn ich dann einen Zustand erreicht habe, wo ich alles bin, heißt das dann auch, dass ich alles empfinde, was all die anderen Personen empfinden. Richtig, genau so ist es. Genau so ist es. Boah, da wird man noch verrückt. Das, was du anderen, jetzt, du musst, du kannst es nur erahnen. Ja, das wäre eigentlich. Das Schöne ist jetzt, dass du, wenn du alles bist, in den Zustand der Syndese kommst, denk an das Beispiel gerade mit Kreis und Dreieck, das ist so ein Kegelwert. Dass das, was jetzt für dich schon wieder einseitig nicht vorstellbar interpretiert, ganz schlimm sich ahnen lässt. Das ist ein genaue Gegenteil. Das ist die vollkommene Glückseligkeit. Wenn du aufgehört hast, was Besonderes, solange, ich drücke es anders aus, solange du was Besonderes sein willst, wirst du nie begreifen, was es heißt, alles zu sein. Ich habe immer wieder, stell dir mal vor, das ist dieses Mitleiden, nützt überhaupt nichts. Weißt du, wenn ich jetzt sage, in Großstädten, es stirbt jemand, ein geliebter Mensch stirbt und die fallen fast ins Grab rein von Trauer. Ich sage immer, die leiden nicht, weil die diesen Menschen so geliebt haben, sondern die leiden, weil ihnen angeblich was weggenommen hat. Was sie besitzen, ihnen wurde Besitz weggenommen. Als Geist, als träumender Geist siehst du das ganz anders. Du stellst was vor dich hin und du machst dich wieder eins damit. Im Moment, wo ich das Baselteil wieder anlege, ich kann das Baselteil nur stehen, wenn ich das so etwas Besonder mache, wenn ich diese Facette aus mir herausdenke, die untrenbar mit mir verbunden ist, die zu mir gehört. Sobald ich die wieder anlege, verliere ich die Facette ja nicht. Es ist der Heilungsprozess. Es ist ein komplettes Umkehren des Wertesystems, das du zur Zeit als fehlerhaft zu durchschauen hast. Und solange du glaubst, das müssen jetzt irgendwelche Menschen verstehen, die du dir ausdenkst, was du bist zum Nimmerleinsdach warten. Du hast auch öfters mal gesagt, oder das lest man auch irgendwo anders, in der Einheit gibt es keine Kontraste, da ist eigentlich alles eins, aber da kann man dann auch wirklich nichts erleben. Wenn du jetzt gerade... Gott ist allein. El Haion, Gott ist allein, das will nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Ben. Aber hat das... Die eure Existenz, das ist die Gedanken, was er, damit er dann und wann wie jeder ab, das Aufblühen aus Eins oder Zwei wie der Vater mit seinem Sohn spielen kann. Und doch sprichst du in dem Sinne von einiger Art Glückseligkeit. Es gibt das... Gibt es da dann doch nur eine Art Empfinden? Warten, ich fall gleich... Ich fall dir gleich ins Wort, weil ich... Ja, ja, kein Problem. Ich mach... Das ist nur, weil ich das so oft wiederhole und ich will mir jetzt nicht deine Frage anhören, die ich eh schon kenne. Aber das Erste ist immer mit der Glückseligkeit, dass das Glück, das du jetzt als Mensch empfinden kannst, jede Form von Glück, die du empfindest als normaler Mensch mit deinem Programm, steht immer in Verbindung mit irgendeinem ausgedachten Objekt. Ob das deine Kinder sind, ob das ein schöner Urlaub ist, neues Auto, deine Frau, sexuelles Vergnügen. Und du musst wissen, es geht nicht darum, dass das Glück schlecht wäre, genieße es. Aber jedes Glück, das du dir erzeugst, in Verbindung mit was Ausgedachten, ist genauso vergänglich, wie das Ausgedachte. was jetzt mit Holophilien passiert, wenn du das immer mehr zu verstehen anfängst, dass du in dir eine Glückseligkeit kriegst, die wirkliche Glückseligkeit, die nicht mehr in Verbindung steht mit irgendeinem vergänglichen, ausgedachten Objekt, sondern mit deiner eigenen Ewigkeit. Aber ich habe das Gefühl, da wird alles so egal. Ja, egal heißt übrigens egal. Ex-Ephosil wie im Lateinischen ist immer heraustreten. Ach, das ist mir zu wurscht, wie das heißt. Das ist scheiße. Meinst du, dass du mir egal bist? Das sagst du doch immer. Jetzt mal ganz ehrliche Frage. Meinst du, dass du mir egal bist? Sagst du immer, ja. Als Daniela bist du ex-Galte, bist du eine herausgetretene Gedankenwelle. Die geht mir wirklich am Arsch vorbei. Aber was mir überhaupt nicht am Arsch vorbeigeht, ist der Geist des Funke, der mir jetzt zuhört. Ja, toll. Und das ist das ja, was hinter der Maske steckt. Ja, aber der... Ich darf ein kleines. Du musst ja irgendwann was zu verstehen als Daniela, dass es dich und den Udo gar nicht geben würde, wenn der Matten uns jetzt nicht ausdenken würde. Jetzt ist es mir zu blöd. Jetzt ist er gar nicht. Den Matten gibt es ja auch nicht. Den Heiko gibt es auch nicht. Der einzige, den es wirklich gibt, das ist der Notauf. Soll ich nochmal einen draufsetzen? Ich finde das ein ganz interessantes Gespräch und von der Person der Matten aus, wenn ich denke, wie heißt es, wie das zustande gekommen ist, was ich Heiko geschrieben habe, heute Abend, und der hat mich dann angeskypt. Die Frage war, Heiko, wie rasierst du dich? Und jetzt sitzen wir alle zusammen. Weißt du, ich habe, Martin, ich kriege oft die Frage, wenn ich als Udo in Erscheinung trete, immer wieder dieses Geld ist ja so mächtig. Wir leben ja alle von Geld. Geld ist Gott für den Materialismus. Es gibt keine Religion, die einen Gott so anbieten wie der Materialist. Wo es wirklich einmal, wenn dir das bewusst wird, egal ob du Zeitung, Medien, Politiker nur konsumieren und wir setzen auf Wachstum, das ist so ein typisch, das ist eine schreiende Geistlosigkeit. Vorausgesetzt, man weiß noch, dass dir diese Programme im Hintergrund immer noch von einer Erdkugel ausgehen mit begrenzten Ressourcen. Und ich bin jetzt da kein Moralist, das ist einfach ein Fehler, den du zu erkennen hast. Aber jetzt ist natürlich, wenn ich als Udo auftrete, höre ich dann immer wieder, vor was lebst denn dann du? Die wollen dann immer wissen und ich sage, pass auf, ich höre es da ganz einfach sagen von dir. Wieso von mir? Ja, ich lebe jetzt, weil du mich ausdenkst. Du hast den Udo gefragt und ich sage, ich bin jetzt nur, weil du mich denkst. In dem Moment, wo du mich nicht mehr denkst, existiere ich in deiner Welt nicht. Und etwas, was nicht da ist, muss ich keine Gedanken darüber machen, wo wir das leben sollten. Es ist natürlich jetzt, wenn du wirklich bewusst zuhörst, das ist das, was ist. Das ist ein Faktor, dass ein Menschen, den du nicht denkst, dass der nicht da ist. Ja, aber wir reden ja auch immer von den Personen. Selbst wenn du was verneinst, musst du das, was du verneinst, dir zuerst ausdenken, um dann sagen zu können, das gibt es nicht. Wirklich weg ist es, wenn du es nicht denkst. Das war jetzt nochmal das Beispiel, ja, wenn mein Sohn, wenn was passiert, ich kann mir ja nicht so einfach machen, dass ich einfach sage, ich denke nicht mehr an meinen Sohn und dann geht es dem gut. Ja. Auch in dem Moment, wo du jetzt dir denkst, dass du nicht mehr an deinen Sohn denkst, denkst du an deinen Sohn. Ja, so passiert das einfach. Weißt du, das ist wirklich, du musst wissen, wenn du an was nicht denkst, es ist wirklich komplett weg und du kannst dir nur immer bewusst machen, wenn was in dir auftaucht. Auch deshalb. Aber weißt du, ich habe auch schon so das erlebt. Du kannst auch nicht mitkriegen, versuch mal zu beobachten, wie es ist, wenn du einschläfst, wenn du wirklich dieses im normalen, menschlichen Sinne von dem Bewusstsein zu dem Schlaf, zu dem totalen Wegsein, wann der Punkt ist, wenn du einschläfst. Das ist mit so... Du kannst auch nicht beobachten, wenn sich was auflöst. Ja. Das ist mit so... Du siehst immer nur, wenn was auftaucht und in dem Moment, wo was auftaucht, kannst du im selben Moment dir den Hintergrund denken, was vorher war. Was willst du denn sagen, du nervösliche? Ja. Was ist mit so Situationen, wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel letztens, da habe ich einfach völlig vergessen oder nicht gedacht, dass ich die Blumen in der Wohnung von meinem Bruder hätte gießen sollen. Der Gedanke war einfach weg. Das war weg, das war nicht mehr da. So, und im Nachhinein kommt hier so eine SMS hier, wie... Warum hast du meine Summe nicht gekossen? Ja. Ja, das sind echt was. Pass auf, das ist ja auch die Schwierigkeit, wenn du jetzt zum Beispiel nicht an deine Mutter denkst. Ich rede jetzt speziell mit dem Programm Daniela. Also nicht mit dem Programm, sondern mit dem Geist, der auf dem Programm läuft. Wenn du nicht an deine Mutter denkst, ist die ja nicht. Das Problem ist, ich habe gesagt, Programm ist die eine Seite, dieses Programm hat ja darunter nochmal ein Betriebssystem. Das heißt, in deinem Hintergrund ist ganz, ganz tief, wo du nie dran groß die Kopf drüber machst, ob du auf einer Scheibe, auf einer Kugel bist. Und in dem Betriebssystem, in der tiefen Ebene deines Glaubens, darum soll ich, du musst ganz tief dich analysieren, was ist dein tiefste innerer Glaube, ist in der Glaube, dass deine Mutter auch dann da außen ist, wenn du sie nicht denkst und zwangsläufig in der Zeit, wo du sie nicht denkst. Du in deinem Programm hast, dass sie ja trotzdem was erlebt. Zwangsläufig wird immer, wenn deine Mutter hier und jetzt wieder in dir auftaucht, komplett für dich den Eindruck haben, die erzählt, ich war beim Einkaufen, dass es das passiert, sie ist deshalb so, weil du im tiefsten Inneren ja das in deinem tiefsten Programm den Glauben hast, dass sie auch, wenn sie nicht gedacht wird, was erlebt. Also muss sie ja so in Erscheinung kriegen. Und jetzt kommt die große Interpretation. Ich habe einmal hier ganz zurückgedreht in einem ganz alten Almener-Vortrag, das hat ja hier ein Günter Wehmeyer organisiert, das ist jetzt wieder eine Geschichte, nur für dich, nur Worte und diese Worte lösen in dir Vorstellungen aus. Und dann habe ich hier einfach, sitzen die Leute und habe ich gesagt, pass auf, wir denken uns jetzt folgende Situation, die Sigrid, die Frau von Günter, die Sigrid entdeckt, dass der Günter heimlich Bono-Heftchen liest. Kennst du die Stelle, Heiko? Nee. Ich kenne, ja. Kennst du die Stelle, Matten? Ja, kenne ich. Wo ich das dann so aufbauen, da muss ich es jetzt nicht sagen. Ja, ja, und was denkt sich die Sigrid? Was denkt der Günter, was glaubt ihr, was der Günter denkt, was er sich für Gedanken macht, wenn seine Frau diese Heftchen findet und es wird immer das sein, was du dir denkst. Es sind deine Gedanken. Alle Menschen, die du dir ausdenkst, sind nur, wenn du sie denkst, und nochmal, Mensch, ist das dann mal ein Programm, wir können das auch personifizieren, und die werden das tun und das glauben, was du glaubst, dass die tun. Und du wirst jetzt, wenn wir zum Beispiel hier, habe ich jetzt in Deutschland, wenn wir in die Politik gehen, wenn einer ein CDU-Fan ist, der wird bei Merkel eine ganz andere Vorstellung haben, wie ein Grüner. Qualitativ. Jetzt ist die Frage, ist jetzt die große, ganz tolle deutsche Kandlerin, ich bin ja totaler CDU-Fan, ich bin ein Merkel-Fan, Fähnchen schwingen, oder bin ich bei den Linken und bei den Grünen und ich bin, ist die Merkels personifizierte Feinde. Was von beiden ist die eigentlich? Für jeden, der sich's ausdenkt, ist es so, wie er sich's ausdenkt. Und die Frage, das wäre jetzt die Frage nach der Tasse. Verstehst du? Die Merkel ist jetzt in einem gewissen Maß eine Tasse. Du siehst nur deine eigenen Perspektiven, deine Interpretationen, auch was die Moral anbelangt. Ich wollte jetzt nochmal so Sachen zum Beispiel. Das ist das Einzige, ich könnte jetzt sagen, was ist der Udo? Der wird für dich das sein, was du glaubst. Ich sag ganz einfach, ich bin jetzt einfach ein Gedanke, den du dir ausdenkst, weil das in deinem Traum eben der Fall ist. Aber der Mensch, der du zu sein glaubst, ist auch bloß ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Der steht ja symbolisch für jetzt diesen Charakter und den Mensch selber kannst du ja nicht sehen. Das ist der Charakter, den du zur Zeit durchschaust. Das ist das Buch, das du liest. Und da magst du Erfahrungen. In jedem Leben magst du ganz spezielle Erfahrungen. Und wenn du jetzt das Bücherregal bist, ist es nur, dein Leben nur eine Facette von mir. Das ist, wenn du das Bücherregal bist, denn da sind viele, viele, die ganzen Philosophen, die du kennst. Das sind alles eigene Leben, eigene Lebensgeschichten. Und wenn du ich bist, wenn du das ganze Bücherregal kennst, darum hast du dann plötzlich das Wissen, das ist die Trinity, die an die Matrix angeschlossen ist, kannst du Hubschrauber fliegen, Heiko, noch nicht, aber ich lass mal das Programm schnell einspielen. Dann kannst du auf die Zentraldatei zurückrufen. das ist diese Akasha-Chrone. Das ist, das ist die Symbolik in den Religionen. Das wird natürlich viel viel genauer, wenn ich einfach sage, Gott ist einfach nur ein anderes Wort für Internet. Und zwar jetzt das Internet, das du dir vielleicht denkst, sagen wir mal, im Jahr 3000. Das wächst und wächst und wächst, wobei das ja jetzt schon alles übersteigt, was dein normales Vorstellungsvermögen hergibt. Aber nochmal zurück zu den Blumen. Also das war wirklich komplett weg, der Gedanke, ne? Ja. Das wäre mir gar nicht mehr eingefallen. Kleines, darf ich ja mal ganz kurz dich was fragen? Wo war jetzt die ganze Zeit deine Beine und deine Nase? Deine Brille? Ja, auf den Nagen. Wo war die jetzt die ganze Zeit, wenn du aufmerksam zufällst? Naja, da. Die waren komplett weg. Nein. Die waren komplett weg. Wenn du aufmerksam hörst, die Beine, es ist immer nur das da, du hörst aufmerksam zu, ich könnte jetzt dem Matten sagen, wo war jetzt die letzte Zeit der Heiko, wenn du aufmerksam zuhörst? Oder ich könnte so im Heiko-Programm sagen, wo war der Matten oder der Lohda? Oder denkst du mal den Michael Horn aus? Wo war der jetzt die ganze Zeit? Jetzt, wo ich das Wort ausspreche, taucht er wieder auf. Was meinst du, wie es dem geht, wenn du ihn nicht denkst? Zumindest in deiner Welt. Von welchem Michael Horn reden wir, kann man jetzt auch fragen. Ein Kiechchen gucken kannst du ja nicht nur deinen Charakter beobachten, sondern auch viele andere, aber natürlich nur wenn sie auftauchen. Warum soll ich ein Kiechchen und kannst du die Uhr beobachten? So einfach ist es, Leute. So. Alles schon passiert, macht euch keine Gedanken, ihr müsst bloß etwas Vertrauen haben. Und das ist es, das Einzige, was ich an mir beobachte. Beobachte, was du magst, das ist, du spitzst ja deine Rolle in deinem Kopf. Was meinst du mit Vertrauen? Wenn ich immer wieder sage, du kannst dir nicht raus suchen, was du magst, oder wenn du immer dumm dorthin schwätzt, mit dem Daniela-Programm. Das ist keine Schuldzuweisung an das Daniela-Programm. Auch nicht an den Geistesfunk, an diesen Aspekt von mir, der das durchlebt. Die Frage ist, beobachte, bin ich dabei? Das war das, was ich euch geschickt habe. Dumm dorthin schwitzt. Dass ich jetzt wieder in euch, in dir, ich bin jetzt wieder in dir, du und ich, wir sind jetzt wieder, du kannst jetzt auch durch die Augen des Christus sehen, das Rudolf. Also nur du, Rudolf, du findest, dass ich dumm dorthin schwitze. Das finde nicht ich, das ist, das rote Ich erkennt, dass dieses Programm nur dumm dorthin sappert. Weil du es ja schon längst durchschaut ist, wenn du ich bist. Wenn du natürlich noch das dumme Programm nur laufen hast, darum habe ich gesagt, du erlebst die Welt der Daniela und du kannst jetzt auch, was wird jetzt der Rudolf dazu sagen? Das ist auch so ein kleiner Wie würde, wenn du einfach, wenn du viel von Holophilien gehört hast, wie würde jetzt das Holophilien? Was wird der Rudolf jetzt dazu sagen? Und du kriegst dann irgendwann einmal auch wieder so, ich sage auch so, so eine Art Holophilien-Virenscanner. Ich meine jetzt nicht den, der sich wehrt gegen Veränderungen, dass wenn du mit Freunden zusammen bist, dass du so viele Sachen, die du rausplapperst, die werden in keinem schon erstickt mit dem Clearenscanner, weil du merkst, das ist vollkommen ein Blödsinn, wenn ich das jetzt ausspreche. Da brauche ich gar nichts mehr erzählen mit normalen Leuten. Die normalen Leute, die du noch um dich rum hast, den brauchst du sowieso nichts erzählen. Du brauchst Leuten prinzipiell nichts erzählen. Die heißen ja im Hebräischen nicht umsonst Modim. Das normale hebräische Wort für Leute ist Modim. M-T-I-M. Kannst in jedem Wörterbuch sagen. Komm, jetzt reicht's. Das heißt, MT heißt Tod. Jom-Endung als Plural, das heißt eigentlich Tode. Das ist hochinteressant. Das heißt, die Leute, die Menschen um dich rum sind Tode. Lass die Toten ihre Toten betrafen. Auch Enosch, jetzt der Enosch ist ein sterblicher Mensch, ein sterbliches Seugedir. Das sind die blauen Menschen. Ich bin auch nicht blau. Wenn du wieder sagst, das ist grausam. Das ist überhaupt nicht grausam. Das ist eine riesen Komplexität erleben. Es ist nur grausam, weil dein Programm grausam definiert. Das ist das Problem. Dein Problem ist deine einseitige Interpretation mit einem Glaubenssystem, das gar nicht deins ist. Das hast du zur Zeit bekommen, so wie du einen Körper bekommen hast, den ich dir immer wieder wegnehme und einen neuen gebändelte. Ja, dann ist es doch meins. Wie soll es denn? Nein, das ist meins. Ach so. Ja, dann kann ich wieder geben. Die vier Ichs, die du dir ausdenkst als der fünfte, als die Quintessenz. Ist immer der blaue Bereich, ist ein reines Kommen und Gehen. Ich glaube, ich geh jetzt lieber noch was essen. Mach das. Sein, du bist Essen, sein, ist ein Gericht. Heute ist der Jüngste da, wie ich immer so. Genau. Du kannst die ganze Palette der Sprache, wenn du durchspitzt, das lateinische Wort esse heißt sein. Das hebräische Wort für Essen schreibt sich A-Kol, also 1, 20, 30, bei Kol alleine heißt alles. Und wenn du das als imperfekt vorstürst, will lesen, das heißt es, ich werde alles. Örtlich, ganz normale Grammatik. A-Kol, das hebräische Wort Essen, heißt eigentlich auch ich werde alles. Ich werde alles essen. Aber da sind wir wieder beim Eins machen. Ich werde alles sein. Das wird ein anderes Wort für Holofeeling. Dann führe ich das zu dem Wort Gericht. Das Gericht wiederum ist zum einen eine juristische Sache, ein Urteilsspruch. Aber wenn du dich urteilst, hast du erst was zu sein. Weil was Seiendes kann nur durch Unterschiede, durch Gedankenwelten in dir auftauchen. Das Ganze im Parlament ist auch Mensa. Mens ist Denken. Mensa, der Speisesaal, auch die gedeckte Tafel. Mensa, Mens ist Denken. Du merkst jetzt, wie die ganzen Wörter über allen Sprachen, kann man jetzt die ganzen großen Sprachen durchgehen, dass die lückenlos ineinander greifen, auch wenn sie oberflächlich betrachtet nicht zusammen zu gehören scheinen. Das ist so. Die Vervollkommnung der ganzen Baselstücke und gerade das, was sich widerspricht und was nicht zusammen zu gehören scheint, zum Beispiel das geschwätzliche Daniela und ich. Ich meine ich jetzt das Rode Ich oder dann der Udo und du Geist. Meinst du, dass es einen Udo geben würde, wenn du dir keinen Udo ausdenkst? Aber erkläre ich euch nicht die ganze Zeit, dass du dir das gar nicht raussuchen kannst? Es ist unser Gesprächsthema, jetzt habe ich uns, sage ich hier, eine Vielheit, ist der Geist, der uns jetzt ausdenkt, der, der immer ist. Mach dir mal Gedanken drüber, wer das ist. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Vielen Dank. Dankeschön. Ich wünsche euch was. Bis gleich. War schön, Udo. Der zuletzt lacht, der, der jetzt sich wieder gerührt hat. Das ist wahrscheinlich der Einzige, der jetzt ganz stillwommen und zugehört hat, der uns Brüssel ausdeckt. Okay, ja, bis gleich. Tschüss. Also, Tschüssle.